Musik Ah, ja, spielen. Starten wir wieder. Er wollte es mir nicht über das Spielemenü rausgeben. Echt nicht? Verdammt. So, kacke. Da, ich müsste jetzt erstmal... 106 81 Ah, ich feiere die Musik. Die ist cool, ne? Auf jeden Fall sehr nice. Ich muss mal kurz über die Lasse rumschieben, weil die Festplatte ansonsten voll wird. Ihr versteht mich gut, ne? Ja, aber ich habe einen Fehler gemacht. Nein! Was hast du denn jetzt angestellt? Ich hatte ja wegen der Aufnahme noch meinen Bildschirm klein. Das kann ich mir bei dem Spiel ja gar nicht erlauben, ansonsten würde ich die Grafik erflöten. Das ist richtig. Ja, vor allem kleiner Bildschirm bei deinem komischen 49 Zoll. Ja, das ist ja geil. Ist auch geil. Ich meine, bei dem Spiel kannst du es ja richtig geil nutzen. Ja, das stimmt, ja. Das ist echt so ein Spiel, da heißt es wirklich, desto größer der Bildschirm, desto geiler. Ah, das ist richtig. Also auf hoher See, das sieht so genial aus, wenn du da fährst. Das ist natürlich auch ein bisschen Vorteil gegenüber manchen anderen Steuermännern, ne? Weil du halt einen größeren Sichtbereich hast. Ja. So. Hey, zwölf Stunden noch. Hippie! Yeah! Yeah! Du hast einen Fehler gemacht, du hast um 15 Uhr begonnen, Alter. Ich hätte um zwölf angefangen. Ja, das hätte ich für mich nicht ganz geschafft. Es wäre aber um einiges leichter gewesen. Ja, ich glaube auch. Weil ich glaube, die drei Stunden nachher, die werden die Hölle. Ja. Ja, gut. Also ich habe ja auch zwei Stunden länger gemacht damals, weil du irgendwann wieder wach bist. Ja, irgendwann hast du diesen Punkt überschritten. Mal gucken. So, Einladung von wem? Öp. Zweimaster, ne? Entweder Zweimaster oder Schabloppe. Obwohl Schabloppe geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Nee, dann müssen wir Zweimaster oder Calione. Aber Calione wäre zu stressig, glaube ich, zu dritt. Warte mal, soll ich einladen? Da komme ich leider ein. Du bist Chef. Private Crew. So. Mal gucken. Ich habe ja auch schon hier drin, Jolo, ne? Als Freundesnusser. Fraster. Ach ja, stimmt. Wir sind auch schon mal gefahren. Ist schon ewig, ja. Der Nebel beginnt. Ja, bringt auch Veränderungen. Okay. Freunde, Einladung. Wer haben denn da? Er sucht, er sucht, er sucht. So, dann haben wir mal den Jolo. Wupp. So, dann haben wir noch jemanden ein. Den Schickung. Kann das nochmal mit dem annehmen? Musste man das über das Xbox-Menü machen? Ja, ja. Über Xbox-Menü. Also, eigentlich kriegst du eine Nachricht. Ja. Und da klickst du einfach oben rechts drauf im Windows-Fenster und dann, ja, passt das. Also, ich habe auch keine Nachricht bekommen. Deswegen startet mal das mal. Also, normalerweise sollte er Microsoft-Scheiß-Ding da. Ja, müsste er eigentlich anzeigen. Selber einschalten. Also einschalten dadurch. Jo, Brio. Bis denn, tschüss. Zwei spielt, aber ich habe sonst nichts bekommen. Okay. Malchus Top-Store, ich starte das mal. Lade Mabel. Ne, war das Tor nicht. Ne, der Stores ist nicht. Ne, das ist die, äh, das Xbox-Teil. Ja, warte mal, ich muss diese Xbox-Export starten. Ne, ich glaube, äh, das kann doch eben da mal nicht anders sein. So, Xbox. Ich habe es schon ewig nicht mehr aufgehabt. Aber bei mir sagt der, dass du online... Ne, warte, hä, bist du jetzt denn? Chico ist jetzt noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. So. Also, bei mir, da ist das jetzt mal automatisch... Ach hier, jetzt habe ich es auch gleich bekommen. Okay. Okay. Ich bin noch da, also. Ich bin noch in der Lobby. Ja, ja. Kannst du ja noch joinen. Ich bin gerade dabei, eins zu finden. Das ist gut. Hau rein, Chichi. Bis dennne. Schott und Mastbruch, ja? Das werden wir haben. Ah, da. Weiterhin möglich. Yo, da ist der Chico. Alter, guck mal, du kannst ja jetzt... Das ist ja geil. Also, die Piratenschiffe sind jetzt auch da. Der Riesenhai ist wieder da. Okay. Und du kannst jetzt auch Steuerräder, Kanonen und Spülle kannst du... Ah, cool. ...Eko-Artikel bekommen. Aha. Schick. Oh. Jungs. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Jetzt gibt es endlich mal neue Items, wo es sich vielleicht schon mal lohnt, die Digga zu kaufen. Ja, äh... Ja, gut. Müssen wir mal gucken. Also, vom Aussehen her. Ja. Davor war es ja nur, die Items bleiben gleich, nur weil die Farbe ändert sich. Also, ich habe jetzt gerade so ein Bild. Okay. Wo Kanonen verbessert da sind. Also, die sehen gar nicht so verkehrt aus. Ah, es geht. Mal gucken. So krabbentechnisch. Ja, gut. Okay. Boah. Okay. Also. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, falls wir in so einen riesigen Kampf verwickelt werden, ne? Ja, definitiv. Wann bist du denn jetzt mal gesegelt, Jullo? Okay. Danke fürs Gespräch. Jullo? Ja. Find ich auch. Ja. Wann bist du denn jetzt mal gesegelt? Ich bin schon unter Deck. Oh, Alter, was ist das denn für ein Riesenhai, Alter? Das ist ja mega. Wann ist das für ein Riesenhai? Ich seh grad hier so im Vorschau-Bildschirm hier so ein Mega-Killer-Hai. Hast du den das letzte Mal nicht gesegelt? Doch. Aber ich glaub, wie man vorerst ein Hai sieht. Also, wir beide auf jeden Fall, Jullo. Aber ich weiß nicht, ob Stefan dabei war. Nee, 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 nee. Da haben wir nicht. Wir hatten bisher nur hier einmal hier Raid auf Insel. Ach so. Also, ich und Jullo haben den Riesenhai schon gesegelt. Ich glaub, Jullo, das war mit dir und den anderen drei Schiffen da, ne? Genau. Ja, das war gleich schon am ersten Tag. Ja. Okay. Also, da. Seid ihr schon spiel? Komm ich mal in dieses blöde Ausfall? Ich bin schon am Weg zum Schiff. Ich such grad das Ausfallrat. Warum auch immer. Naja, du streamst ja auch noch hoch, ne? Ja, gut, das kann sein, ne? Das ist ja ein bisschen Brauch. Ja, vorhin mit dem Runterladen vom Spiel war keine gute Idee, wir im Stream. Ja. Ja, gut. Bei mir ist man weiß Bescheid, ne? Egal. Auf mich schlussend. Das war ja einfach. Ah, auf C war die Glampe. So, wollen wir das, wollen wir den Hai als Dingsdeko nehmen, wir auch, ne? Die sind die Haikinder, komm. Ja, machen wir auch das. Ich geh mal gucken, ob die gute Dame auch schon mal Kanonen anbietet. Echt? Man muss jetzt in die Fässer reinschauen? Kann sein. Ja, ja, du musst halt wirklich reinschauen, ja. Guck mal, Kanone des Hafen Mirals. Händlerbund, Level 40. Oh, was ist denn da los hier mit der scheiß Ladezeit? Ich hab ja unnützt auch mehr. Die sehen doch recht nice aus, die Dinger. Äh, gibt's nicht mehr dieses Item-Rad? Ah, okay. Doch. Mit E. Das ist ein E. Das ist bei mir jetzt gerade ewig hier. E? Äh, cool. Eie. Ne, doch nicht. Ah, okay, cool. E war die Karte. Ja, gut, die Karte, die ich nicht hab. Ja, also. Geht jetzt, oder was? Warte. Ich glaub, der geht gleich rum. Na, und ich, ey, der dreht sich und dreht sich und dreht sich das Rad. Weiß ich nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Nein. Hört wohl mehr an, wie dieses Ding aussieht. Ah, jetzt sehen wir das fette Schiff hier. Ne, passt halt nix. Er dreht und dreht hier. Nee, 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 nee. Keine Ahnung. Ich komm nicht rein. Soll ich mal einladen? Warte mal noch. Müssen wir kurz warten. Aber ein Ladebildschirm ist noch da, aber er dreht sich endlos. Ey, was? Dieses Drehzeichen gehört da eigentlich gar nicht hin. Welches Drehzeichen? Also, ich glaub, ich hab mich auch kein. Ah, jetzt bin ich da. Okay. Ja. Jo, Leute. Ah. So, dann haben sie vielleicht die Fässer jetzt extern gemacht, damit die Leute mehr loben können. Ich muss mir jetzt mal gucken, wo sind denn hier die Bombenfässer da? Ist das unser Schiff hier vor der Jahre, ne? Ja. Ah, endlich. Ich mach das nicht ein bisschen angieriger jetzt. Ja, das nervt aber auch ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil du gehst auf, wie du musst du mich drücken. Naja. Sonst bist du nur vorbei, zackt, fettig. Und jetzt. Ja. Ich mach mal das, äh, jetzt schüttzt rum. Schüttchen hatte ich leider nicht, ne? Ach so, ist die Geln? Ja. So, 55 Kugeln. 55 Kugeln. 55 Kugeln. 55 Kugeln. Ich glaube, ich habe noch Aufträge von letzten Mal Chico, ja, ne? Ich habe noch voll, ja. Okay. So, ein Alkanon. Ah, okay. Aber Bräder. Bräder, wir haben ja auch noch. Oh, hier. Wir müssen ihn. Bananas. Das ist das Gewitter. Ach so, wir kommen gleich in den Sturm sicherlich. Okay. Boah, toll. Natürlich hat er nebenbespruch. Oh, Mann, oh, Mann. So, guck ich hier nochmal rein. Boah, hier ist alles voll. Weihnachten. So, lass mal alles hier reinpacken. Äh, kurz gucken hier. Nehmt ein Schiff, nehmt ein Schiff mal zurecht von mir. Bananas, okay. War ja klar, dass ein Schiff der Nähe ist. Das ist ja das neue Schiff hier, ne? Das sind wir aber nicht immerhin gefahren. Das ist das neue Schiff, ja. Okay. Holzfass. Äh, sind die Kanonen schon geladen, ne? Ne, ne. Ich fahr mal dran, ne. So, dann gehen wir mal den Rest mal runter. Also, die obere Kanonen-Kiste hab ich voll gemacht, ja? Ah, okay. Sehr gut. Da kann ich auch noch welche reinpacken. Das finde ich hier die Essenskiste, weiß das einer? Äh, die ist doch hier unten rechts. Ja, da, da, da hab ich schon. Wieso haben wir schon wieder Wasser hier drin? Weil's regnet. Weil's regnet. Naja. Ja, gut. Alle Jungs. Warte, 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 warte. Ja. Warte. Wir haben noch gar nicht eng gestoßen. Hallo, warte mal hier. Äh, wo wandert die Nummer? Ja, ja, moin. Wo ist denn Jolo? Oh. Prost. Du hast nicht mal eng gestoßen, mein Freund. Wie geht denn das? Ach so, ja. Mein Gott, wie läuft? Ey, bitte voll. Ich hab's aber eingefroren. Hier ohne mich. Ja, wenn ich komm zur rechten Seite, dann krieg ich auch nichts mehr. Dann komm ich nicht. Ich nehm mal die Flaschenbuddel hier, Alter. Watt? Die Flaschenbuddel? Ja, hier mein Scharfschutz, gehören wir da Buddel drauf. Ich spiel schon der Schieb. Nein, ich kann's nicht, Alter. Ey, du, ey, früher konnte drei, vier Schlick trinken und jetzt ist es schon bei einer weg. Jetzt trägst du einer bis schon am Ende. Geile Scheiße. Ach so, ich muss ja noch was auf den Tisch schauen, ne? Wo ist denn hier der Tisch überhaupt? Und die Karte? Buddel voll rum. Also hier hinten ist die Karte, die ist ja richtig schlecht. Ey, du darfst ja noch weiter laufen als bei der Galeone. Was wollen wir denn? Ich hab zweimal Skelette töten, einmal Schatz graben. Skelette töten? Schatz graben. Schatz graben. Na komm, erst mal Skelette. Ja. Äh, aufheben, abstimmen. Wenn ich was da abstimmen kann. Dann. Äh, vorschlagen? Nein, ich will nichts vorschlagen. Ah, jetzt geht's dazu. So, ich hab's gleich. Oha. So, wo müssen wir denn hin, hier? Können wir auf Lonely Island. Lonely Island? Können wir nicht abstimmen. Lonely Island. Ist schon abgestimmt. Ach so. Ja, 2 zu 1. Wo das eiskalt überstimmt. Äh, ich hab... Egal. Ja. Oder Schluck auf, ja. Missionen erhalten. Ah, jetzt kommen wir ins Spiel. So, da ist Lonely Island. Und jetzt müssen wir noch, wohin? Jo, Lonely Island. Der zweite ist Olders Cay. Ach, das sind wir ja hier, die Aufgabe, ne? Olders... Da. Ist jetzt Vic, Captain Plundering Barks? So, Captain. Ja. Bahn steht. Ja, äh, erst mal Wasser schocken, ne? Sehen Sie, da müssen wir hin. Warte, gleiche neunt. Nordosten. Nordost, okay. Ja, du brauchst nicht schippen, ne? Es regnet, da kommt so viel Scheiße rein. Ja, gut, stimmt. Äh, Segel runter, ne? Jetzt mal Ankerlicht. Ach so, ja, stimmt. 18. Komm, äh. Warte, ich helfe dir. Auf geht's. Ach, Junge. Ist das Juno, ja, ne? Ja, ist Juno, ja. Ich komm's nicht zum Anker. Ja. Ey, wie viel hast du umgetrunken? Äh, eins, zwei, drei. Was? Äh, warte. Nordost, ja? Nordost. Das dingt sie ganz schön nach rechts, so. Ey, wir sind mitten im Sturm, Junge. Ja, schön, ja. Das Wetter ist wundervoll. Ah, die netten Segel. Ich seh, wir müssen mal langsam mal shoppen, Alter. Ich seh nix. Das hat mal immer Kotze, wer will. Äh, der... Äh, der... Okay, hat sich. Der Kompass hat sich grad mal ein bisschen gefehlt. Ja, weil wir wirklich im Sturm sind, Alter. Schön. Wolf bei uns. Oh, oh, oh. Das war richtig. Hä, ich bin selber. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren, ne? Ach so, warte. Äh, ne, ich muss weiter nach rechts. Ey, nach links, sorry. Ah, jetzt, 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 jetzt hältst du da. Ja, jetzt hältst du da. Ich seh's ja nicht auf der Karte. Oh, wir haben lag. Lag. Yolo, wir haben lag. Verdammt. Er hat von Holz überkommen. Ist das lag? Da ist das lag. Oh, Mann, ey. Und... Oha. Wetter, lass ich kuchen. Ich bin schon groß. Ich weiß, was wir machen, schon ein Devil im Schiff. Ja, ehrlich. Kann das sein, dass der Sturm ein bisschen härter geworden ist? Ja. Du musst ein bisschen weiter rechts. Ja, ich bin schon dabei. Aber... Bringt nicht viel. Alter. Wir haben das echt ordentlich zu kämpfen, wenn ich in den Weg bin, ey. Mann. Da haben wir den Segel einfach, wenn wir das leichter gehen. Ja, die Latte. Ja, passt schon. So, jetzt noch ein Stückchen. Ach, die hier vorne, ja? Ja. Genau, geradeaus jetzt. Ich seh sie. Könnt ihr das mittlere mal ein bisschen hoch machen? Ja, hab ich gemacht. Äh, sag mal, schwebt da hinten so ein Schiff. Zufällig war ich in der Luft als Wolke. Was? Wo? Ja, das ist das Piratenschiff. Ja. Ja. Also, wir können versuchen, das mit 60 Kugeln zuversinken. Meinst du? Keine Chance, Alter. Nein, kannst du kickeln. Keine Chance. Aber wäre das angegriffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Äh, zumindest sieht es so aus, als würde es schießen, oder? Das ist einfach nur ein Effekt. Das ist einfach nur ein Effekt, dass es darauf hingeweißen wird. Das ist wie, äh, das darauf hingeweißen wird. Ja, es leuchtet grün, ne? Es sind ja wieder verschiedene Farben, wie das vor. Ach so, ja, klar. Okay, dann wird es angegriffen. Dann wird es angegriffen. Wollen wir? Äh, was ist mit der Insel, Leute, vor uns? Ja, los, Rainer, Rainer. Ja, dreh ab. Ja, rechts, 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 rechts. Inseln läuft uns jetzt nicht weg. Ja, dann mach volle Segel hier. Komm. Oh, Sandbank. Wer es rechts macht, wird das eine Insellandung? Nein, jetzt nicht, jetzt nicht. So, dann mach ich schon mal voll hier für den Kampf, ne? Wo sind die Bananen? Dahinten ist die Bananen. Und die sind geladen. So. Auf zum Piratenschick. Lalalala. So, nochmal Wasser raus und abstecken, ob hier alles heil ist. Und dann geht's los, würde ich sagen. Da ist sogar ein Vor, ne? Nicht gerade, okay. Okay, alles ready. Sehr gut. Voll fertig mit der Lamp. Wieso habt ihr eigentlich alle nur ein Bein? Ja, wir stehen halt auf einem Bein. Na ja, das ist... Da liegt man mit dem Käpt'n. Der will immer ganz schlimme Sachen von uns machen. Ja. Deswegen... Sicher. Denken wir meistens mit Kopf und Bein in der Scheiße, Alter. Ja. Äh, wie konnte ich denn mal meine Munition an diesem Arsenall auffüllen? Einfach X drücken. Ein F drücken. Ah, F, ja. Okay, kein Fehler. Man merkt schon, so lange nicht mehr gespielt. Naja, gut. War dann wie eigentlich das letzte Mal gespielt? Okay, ich würde sagen, ungefähr eine Woche. Wir müssen mal die Segel in den Windsee drehen. Yolo, machst du das? Ich bin gerade oben in Form. Äh, oh. Okay. Huch, zwei drunter. Ist ein bisschen blöd, dass der Kette die Rote kommt. Einfach nach links drehen. Die Segel in den Windsee. Wenn du das Schiff auch ein bisschen nach links drehst, dann schneiden wir den Weg ab und haben aber mehr Speed. Sollen wir die Segel voll machen? Oh, die hat ein Bock weg. Ja, machen wir die Segel voll. Segel komplett, okay. Also ich nehme an, dass die Spitze des Schiffes genau die Spitze des Schiffes ist auch, wie sie in Wirklichkeit steht, von der Wolke, oder? Ich denke ja, die sollte. Sehr doof, wenn ich. Ach, sowas bräuchten wir die Spezialmunition, ne? Das wäre nicht verkehrt, Alter. Ach, diese Spezialgegänge, ne? Ja, so Ankerlichten, Äh, Anker setzen und sowas. Ach stimmt, das kennt der Julio ja gar nicht. Das gibt's ja jetzt. Ach so, Julio, das ist eine Spezialmunition, ne? Also nicht, dass du dich wunderst, dass du auf einmal anfängst zu tanzen oder sowas. Der will tanzen? Ja. Es gibt Kanonenkugeln, wenn du davon getroffen wirst, musst du tanzen. Oder der Anker fällt, oder das Schiff lässt sich nicht mehr steuern. Irgendwie sowas, ja. Ja, ist sowas wie beim Mario Kart hier mit den Pilzen und so ein Scheiß. Aber wisst ihr, was unser Wippen sein wird gleich beim Piraten schickt? Ja. Der Hai und der Kragen kommen gleichzeitig an, das würde mich nicht wundern. Oh, geil. Direkt am besten alle beide. Passt doch immer bei uns, da war es ja immer so. Gerade den Schatz geborgen, auch von der Insel. Zack, alles rot. Ja, ja. Ja, der war... Oh. Hm, 5 Sto Gezell, sehr gut. Ich glaube, das nächste Mal packe ich mir hier so eine Lampe hin, die die Gesichtsbräune macht, oder so. Du meinst, da hast du was von der 4,5 Stunden? Ja, richtig. Gesichtsbräune, aber es war nur einseitig. Aber naja. Was ist denn das Schiff? Das ist doch verölig nach hinten, ne? Ja. Das scheint aber auch anders zu fahren jetzt. Oh, jetzt wird es wieder grün. Okay. Ja, es bewegt sich aber auch nach hinten. Ich gefühle. Also... Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Also, ich glaube, es zeigt halt nicht dahin, wo es hinfährt, sondern es ist einfach nur da. Deswegen sieht man das so als Schiff. Ach so, okay. Aber das scheint jetzt nämlich rückwärts zu fahren. Ey, ich glaube, es fährt nach rechts. Ja. Ja. Da wird es auch gejagt, oder so. Das kann sein, aber ich würde sagen, wir bleiben trotzdem erstmal so, damit wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf haben. Naja, klar. Ah. Wir kriegen es ja schon mit, wenn wir nahe genommen dran sind. Ja, jetzt schon, oder? Shitwreck Bay, okay? Weiß nicht, soll ich die Waffelsicherheitszahl beändern? Ich glaube, Scharfschützengewehr macht sich hier am besten, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Äh, wo ist das Schütteln? Hinter der Wolke wahrscheinlich. Oder ist es weg? Oder ist es weg? Ja, da hätte ich mies, ne? Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Wieso, was ist daran mies? Die haben ihre Kanonenkugel verschossen, wir können entern. Ach so, ja gut, stimmt. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, wenn sie es erwischt haben. Ich gehe mal ins Krehnest und guck mal nach. Ich denke, er ist es irgendwo in den Wolken verschwunden. Ich glaube auch. Ja, normalerweise hörst du ja auch den Sound, wenn irgendwas erledigt wird, ne? Stimmt, ja. Wir sind auf jeden Fall noch nicht nah genug. Ich weiß gar nicht, bei meinem Router-Resetiv ist es heute was angestellt. Ich weiß gar nicht. Oh. Wenn ich merke. Nee, dahinter ist immer noch was am Blinken. Da sehe ich. Ich werde gerade auswärts. Und das ist das Gewitter. Kannst du mir auch sagen. Ich hoffe, jetzt muss ich wieder was umstellen. Nicht, dass gleich wieder Leute plappern und man nicht wieder reden kann. Was? Ja, also ich kann eh nicht reden, glaube ich. Ja, ich habe die Virus das grüßen. Hallo, 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 hallo. Ich weiß nicht, was reden hier ist. Ich habe nicht. Hört mal auf. Nee. Einstellung. Ach, du meinst dieses Voice-Chat, ne? Ja, Augeeinstellung. Push the talk an. Ja, schön. Tassatur und Maus. Hallo, hallo, hallo. Also bei mir steht hier Left Eye. Hallo, hallo, hallo. Left Eye. Also ich sehe es nicht mehr. Es scheint hier ziemlich ruhig zu sein. Und Wind kommt von vorne. Ich sehe gar nichts mehr. Ne, ist auch voll neblig alles. Echt? Nee, ich glaube nicht. Ist viel zu ruhig, wie ich sehe. Muss man wahrscheinlich wieder ausstellen. Ja. Du hast wieder Leute reden, oder was? Nee, nee, aber falls wir reden müssen. Ach so, okay. Ach so, okay. Scheißegal, die Flinte macht es auch. Das ist nur bei uns das letzte Mal. Nee, also hier ist nichts mehr, leider. Gut, dann fahren wir zurück, oder? Würde ich sagen. Weil ich sehe jetzt auch kein Schiff oder dergleichen so aus in der Ferne. So, okay. Nee. Ist gar nichts. Schade. So, wir müssen hier hin. Mal kurz gucken auf die Karte. Ach nee, wir können auch runterlopen hier, ne? Gibt es immer noch? Nee, kannst du bei dem Schiff gar nicht schauen. Das ist doch hier irgendwo auf einem Dienst. Das ist vorne. Ah, ja gut, ne? Das ist halt schlecht gemacht für den Fahrer. Also du kannst hier vorlaufen und schauen. Ja, warte mal. Aber da kannst du auch direkt die Treppe nehmen. Ja, sag mal hier. Das ist einmal die komplett andere Richtung. Also okay, also Nordwest, ja? Da sind zwei Inseln hier, ne? Ja, alle beide komplett hinter uns, Nordwest. Das ist ja natürlich. Also wir können hier auch canceln und ich habe das nächste Ding drauf, ne? Dann sind wir wahrscheinlich mehr dran. Meinst du? Weiß ich nicht. Könnte das nicht. Aber die dürfen jetzt die ganze Strecke wieder zurück eiern. Äh, Vorsicht Sandbank. Habt schon gesehen, ich hab voll eingeschlagen. Okay. Ich wollte schon mal die Bretter raus. Was? Nein. Ich bin vorbei. So, es war auf Kurs jetzt, ja, ne? Das muss Jolo sagen. Naja, das ist gut mit der Trommel, das mal. So schlecht. Jo, so ist richtig. Ja, Nikos, das muss voll behalten. Ich lerne es nicht, dass ich F drücken muss. Ja, wenn du vorher was anderes gespielt hast. Polo, Segel, Strecke, glaube ich. Ja, ein bisschen. Ja. Bisschen nach rechts. Sagst du, bist du ja wieder ein bisschen Fahrt hier? Der war halt in Songs mit eingebaut, ja? Richtig geil. Das fand ich damals bei Assassin's Crew, der Bergflex so cool. Äh, linke Seite ist Schiff im Wasser. Linke Seite? Also ein Wrack, ein Wrack, ne? Beim Voluten. Gar nicht so weit weg von uns hier. Links rüber? Ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ach, nach vorne, ich hab's gesehen. Mach den Anker bereit. Jo. Ich glaube, er fährt jetzt direkt drauf zu, ja? Die Sache bereit, wenn ich ihn werfen soll. Pass auf, das guckt aber raus, ja? Also die Spitze guckt raus. Naja, wenn die Sache wirklich spitze ist. Piratenschiff, Backbordseite. Was? Piratenschiff, Backbordseite. Okay, Anker wiederholen. Das ist das richtige Piratenschiff, glaube ich, Jungs. Echt? Okay. Ja. Guck mal rüber. Das leuchtet auf jeden Fall so komisch. Seht ihr das? Oder was ist das? Egal, das ist überhaupt nichts. Äh, rechts, meine ich. Entschuldige, rechts, hinten. Und das leuchtet grün-blau. Ach, da... Äh? Ist das ja wohl? Ganz bisschen wegen den Wellen sieht man es ein bisschen schlecht, aber ja. Ach so, ja, dreh mal rum. Wo bist du? Ja, ich schau mal. Das ist ja hier vorne, da, ist vorne. Direkt am Arsch, jetzt hinter uns. Hinter uns links. Jetzt hinter uns links, okay. Ah ja, da hinten, so leicht bläulich. Äh, nee. Du musst ein bisschen mehr Streu erbohrt, ne, wegen den Vögeln da drüben. Ja, ja. Aber es ist noch weit genug entfernt, oder, Chico? Äh, das Schiff ist gleich hier vorne. Hä? Das ist Wasser. Ja, das Wrack. Aber ich meinte, das ist das Piratenschiff. Das ist weiter... Das sieht man, total. Ja, ich hab's dann auch kurz gesehen, aber... Mit bloßem Augen. Das Problem ist, das Schiff ist ziemlich flach da unten, ne? Ihr habt keinen hohen Punkt, ne? Nee. Nee. Bei den anderen stehst du ja ein bisschen höher, also... Ja, ja, bei der Galeone bist du schön weit oben. Und hier, du hängst fast in der Welle drinnen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Äh, ich würd sagen, das Wrack looten und dann, äh, vielleicht das Piratenschiff. Okay, denn mach mal Anker klar, wir sind gleich hier vorne. Da vorne kommt schon die Spitze raus, oder so was. Ein bisschen weiter nach links, äh, rechts. Anker ist bereit. Und... Ach du, yo, da ist es. Ich seh jetzt auch. Okay. Anker fallen. Ach, komme. So, erstmal ein Segel hoch hier. Äh, die Segel kannst du lassen. Echt? Ja. Wir sind vor Anker. Kamekinka-Anhüte ist clear. Ich hab das, was drin ist. Gut. Warte, ich guck mal hier, wo das Schiff... Okay. Beim Looten jetzt in den Schiffen ist das echt ein bisschen doof. Wieso? Mit den Kisten. Hä? Achso, ja. Es dauert halt so lange, die Kisten zu looten und dann wegen dem Sauerstoff. Ich seh jetzt wirklich, das Schiff. Ist ja richtig krass, das Ding. Alter. So. Springen wir rein. Also, wie... Ja, Kamekinka-Anhüte ist... Wurden gibt's noch ein paar Kugeln. Wurden gibt's Kugeln. Und Bananen und Bretter. Sie brauchen wir auf jeden Fall. So, geht's in der Weih. So, F-Kanonenkugeln raus. Bretter raus. Bananen raus. Extra. Die Einlage dauert halt jetzt echt noch länger, das ist ein bisschen doof. Die haben nichts gefunden, oder was? Nee. Ist sie her? Ja. Ob sie in die Waffe gesetzt ist? Ich hab einfach vergessen, meine Taschenfeuer dazu machen. Sehr gut. Beelassend. Alter, sag mal. Ich hab eine Spezalkugel. Ja. Keine Ahnung, was die macht. Dann müssen wir gleich mal durchlesen. Na, ich werd gern wieder raus. Wo war denn noch meine Kugeln? Oh, jetzt muss ich aber... Oh, ich steppe gleich. Das Kugelfass war ein Zöder. Nein. Abgekratzt. Oh, ich häng hier voll fest, Alter. Wo ist denn die Lüge? Oh, verdammt. Das Kiste hier mit dem... Äh, nicht gut. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Also Schatztechnisch scheint das alle zu sein. Ja. Was ist denn das Schiff, denn? Ich hab noch ein paar Kugeln. Soll ich mal gucken, Renn? Ja, guck mal. Ich tauch nochmal runter. Woran erkennt man das Schatzkugeln? Äh, die leuchten so komisch. Entweder grün oder lila oder so. Und die haben Symbolen in der Mitte. Ja, die leuchten so komisch. Steht dann irgendwie dabei, wenn die, äh... ...an-Klicks. Da ist es, ich hab's. Hast du es gefunden? Ja. So, dann gehen wir mal auf, äh... Du bist doch ja beil. Jetzt gleich bin ich am Horizont verschwunden wieder. Da ist ein Schiff voraus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaub nicht. Voraus? Schiff voraus? Weit, weit ich her. Bei den spitzen Steinen, meinst du? Ja. Das ist es. Zumindest hat das verschiedene Farben. Okay. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das Feuer entwickelt, äh... ...gemacht haben, ne? Die Feuer-Quest. So, Halloween. Oder wo das war. Ja, ein gutes Gelaufsang. So, Ankerlichten? Jo. Also ich bin oben. Ich halt das im Auge. Da ist es. Da ist jetzt ein Stück nach links oder einfach geradeaus? Ja. Äh... Ja, schön, dass keiner am Steuer ist. Stück nach links ist Frank geradeaus, ja? Okay, ist Frank. Ich mach noch mal kurz Munition voll, Alter. Ja, ja, klar. Ich hab das Gefühl, wir brauchen das. Das ist Noel. Hm. Hallo, das ist das Noel. Das ist doch noch voll, noch voll in seinem Let's Go. Ja. Einen Kopf haben wir einfach noch. So, dann fahr hier mal zwischen den ganz großen Stein und den kleinen Stein hier vorne. Also die ganz großen hinten. Ach so. Die kleinen hier vorne, so da durch, ja? Also im großen Bogen. Also meintest du hier rechts vorbei, ja? Äh... Warte, ich weiß gar nicht, wo die Spitze hinbezeigt. Das sieht man hier so schlecht hier oben. Ach so, ne? Du fährst jetzt da lang. Ne, jetzt links halten. Links da. Vor den großen, aber noch hinter den kleinen. Weil da hinter den kleinen ist das Schiff. Ja. Also quasi so kurz halten, ne? Erstmal, ja. Und... Ich weiß nicht, der scheint vor Anker zu gehen. Also das ist so langsam dahinten. Echt? Ach, vor Anker? Ich weiß nicht. Nicht, dass das doch eine Galleone ist. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ja, werden wir sehen, ne? Das könnte echt eine Galleone sein, aber... Oder mit den Farben heißt das vielleicht, dass die jetzt so Spezial-Gügel haben? Ne, es gab's... Ne, es gab's ja diese... wo du halt dieses Licht sammeln musstest auf der... Ah, jo. Stimmt. Ja, und damit konntest du halt die Lichter ändern, irgendwie... Ja, ja. So wie ich gehört habe. Ne, ich hab's ja selber nicht gemacht. Ich hab keine Frage. Frag zwischen den Felsen auf Backbord. Fahr da mal. Schiff auf Backbord. Ach da, ja. Das ist die Frage. Wollen wir erst mal zum Piratenschiff und gucken, oder? Ja. Das Schiff da hinten, das ist genau dasselbe, das das wir fahren. Welches? Das ist da auf der Backbordseite. Glaube ich zumindest. Das ist ja gar nichts. Müsste keine Galleone sein von der Größe. Du meinst Steuerbord, also rechts, ja? Ich mein das links. Das links. Das mit den vielen Lichtern. Wo auch immer das jetzt grad wieder hin ist. Ja. Wo ist das mit den Lichtern hin? Ich seh's grad nicht. Vielleicht haben die grad die Lichter ausgemacht. Halt dich mal weiter links, bitte. Ja. Tiefe weiter links. Da vorne ist noch ein Frack, das könnten wir loofen. Aber. Nee, warte, lass es mal, äh. Ach, weil die Musik kommt. Aha, aha. Weiter links? Nee, jetzt einfach, warte mal. Wo ist die Schiffchen rechts, ne? Ja, noch weiter links. So, dass du links an den Feld wobei kommst. Äh, bedenkt ihr das Frack da vorne, ne? Weil das gut raus. Ja, ja. Nicht dazwischendurch, weil, genau, weil das Schiff war ja da hinten, ey, aber das ist da nicht mehr. Hä? Halt, reich. Was ist das denn hin? Oh, mschell. Da guckst du einmal nicht hin. Schiffi, Schiffi, Schiffi. Schiffi, Schiffi, Schiffi. Ist egal. Das gibt's doch nicht. Auch wieder geil, da schreibt einer im Chat, abonniert mich bitte alle. Äh, nein. Da ist das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hast du es? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Schiff ist oder Bäume. Hm, das ist beides aus Holz. Okay. Soll das sein zwischen den, äh, Felsen, was? Ja, hinten an dem Felsen, an dem kleinen linken Felsen hinter der Insel. Ja, komm, wir fangen jetzt einfach mal vorbei. Guck mal, wie wir zur Inseln sind Sachen raus. Ja, aber ich glaube, das gehört zur Insel. Das ist, glaube ich, nicht das Schiff. Ja, das könnte ein Türme sein, ne? Ja, ja. Müssen wir mal gucken, irgendwie. Aber da war das ja eben, deswegen. Ah, okay. Kann ja nicht einfach so verschwinden. Ja, oder doch. Ist ja ein Piraten-Geisterschiff, ja. Na gut, stimmt auch wieder. Vielleicht ist es ja auch unter Wasser. Man weiß es nicht. Das kann auch sein, ne. Ne, das gehört zu Dings, zu Inseln. Ja? Ja. Kann natürlich sein, dass es hinter die Insel gefahren ist und wir es deswegen nicht sehen. Ja, gut, das kann natürlich auch sein, ne? Hm. Habt ihr eigentlich was aus dem Schiff rausgehoben? Außer das eine, was ich da nach Polen habe? Nur Items, aber keine wertvollen... Also nichts, was ihr abgeben könnt. Kanonenkugel, Bretter, Bananen. Das übliche Alten. Jo. Ja, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Ja, toll. Ja, drehen wir um und holen wir uns das Brack, oder was? Einer drehen, ja? Na ja, vorne im Felsen rum. Hier vorne im Felsen ist das. Ah, rechts rum, ja. Das gibt's ja nicht. Da hast du das einmal aus dem Auge gelassen, das ist sofort weg, Alter. Gut zu wissen. Vielleicht zu weit weg von anderen Schiffen und ist sie spawned. Ja, wird das wohl auch sein. Das glaube ich nicht. Es ist auch merkwürdig, dass die Flacke da war, also das Schiff im Himmel war und auf einmal weg. Vielleicht war es einfach, vielleicht war es so besiegt und die sind dann weitergefahren. Kann ja sein. Ich weiß nicht, ob da ein Käpt'n nachher ist oder so. Ich seh das von hier nicht. Ist noch ein Stück, ist hier an der Insel noch längst vorbei. Ah, links rum, ja? Da hinten fährt irgendwas rum. Ja, habe ich auch schon gesehen. Zu dem Wack oder zu dem Wacken fährt? Das Wack ist jetzt hier vorne rechts. Ist noch ein Stück. Ich mach schon mal die Anker bereit. Aber das da hinten ist halt ein Dreimaster, glaube ich, der da fährt. Ach, guck mal hier, da ist vielleicht hier unser Vorhang wieder geradet. Oh. Ja, wir können ja das Schiff leer machen und da hinfahren. Was? Hier. Aber da ist auch schon hier jemand dran. Oh. Du hast einen Totenkopf. Ja, sag ich doch. Ey, grün bedeutet, alles ist in Ordnung. Und roh bedeutet, Angriff, oder? Ja, ja. Grün war, da ist doch frei. Ja, ne? Machst du noch ein Stück Steuerbord? Oh, ich geh schon mal runter, ne? Geht schneller. Alter, geh halt. Alter, ist das düstere, das Wasser. So, jetzt hier, komm. Anker. So, Sekunde, ich warte, bis wir... Jetzt. Na, na, das war noch ein bisschen zuvor, oder? Ne, doch, ist gut. Das ist gut. Das ist aber düstere hier. Ja gut, das stimmt, ne? Ich hab das Schiff von Weitem gar nicht gesehen. Echt nicht? Ne. Also hier ist eine Luftblase im Schiff, ne? Wir können ja drinnen atmen. Wo denn? Oben. Da oben, ja. Und da ist hier, ist auch einmal Zucker schon mal. Aber ich guck mir das unten nochmal kurz alles an. Noch eine Piratenkiste auf dem ersten Deck. Zucker-Piratenkiste. Ja, und da ist auch noch eine Kiste. Oh, das ist auch richtig fest. Auch noch eine... Hier kann man auch nochmal atmen, glaub ich. Na, musst du Glück haben. Jo, wenn die Welle kommt. Wunderbar. Da wollen wir auch nicht noch die Kisten leer machen. Oh, stimmt. Klappt. Ja, dann machen wir uns danach auf dem Weg zum Schädel und vielleicht kommen wir ja auf den Ortbus vorbei, wo wir mal die Kisten abgeben können. Jo. Aber wir gucken erst mal, ob wir da Ruhe haben beim... beim Dings. Beim Raiden, meinst du? Ja. Nee, hinterher war nix mehr. Nee. Hier sind noch sechs Kugeln in der Munitionskiste. Jo, komm gleich. Ich muss kurz erstmal wieder das Metall leer machen. Hab ich? Ich hab sie schon. Alle weg. Das ist unsere Plünderkiste. Da ist bestimmt noch was drin, in dem Schiff. Wir haben eine Kiste gefunden. Ich find das Schiff auch nicht schlecht, ey. Willst du das... Das ist das Verfahren? Ja, ja. So. Bananen. Ich seh. Das Plünderas. Das leer. Das leer. Banane und Bretter. Leer, leer. Leer, leer, leer. So, hier den edelsten Zucker. Aus dem Meerwasser gepfischt, alter. Das ist bestimmt lecker. Die edelsten Zucker. Ne, meins? Den edelsten Zucker. Randa. So. Diesen beiden Menü, ey, ne? Kommt irgendwie nur nicht klar, ey. Mit dem Hersteller, ey. Von der Luftblase... Ja, das ist so FX zu drücken, ist ja irgendwie scheiße, ja. Was soll's. Irgendwie Tab würde mir da besser gefallen zum Backmachen, aber naja. Oder auch dieselbe Tasten nochmal, aber ist der FF. Ja, gut. So. Wo müssen wir ja tot den Kopf hin? Äh, weg? So. Ne, der ist doch da. Wie machen wir das? Äh, also ich da ransteuern, oder willst du da ransteuern? Der kann's ruhig machen, ne. Ich mach das an. Äh. Du sag das an, den Sieg. Du sag das an, den Sieg. Wo der guten Kopf wahrscheinlich ist. Dein Schatzkisschen. Nee. Wer da nicht. Ist mein Schatz. So. Ach, geradeaus ist ja. So, der macht mal die... Segel auf links. Na, die Segel stehen, glaube ich, eigentlich relativ gut. Die stehen gut, ja. Es könnte Castaway Island sein. Echt? Ist Chicken? Nee, Chicken Island ist doch kein Verhältnis. Ja, wir merken uns das gleich auf jeden Fall, damit wir nachher den Weg auch dahin wiederfinden. Markier das am besten auf der Karte. Was denn? Das Fort? Ja, wenn wir gleich da sind, dass einer gleich markiert. Der kann dann auch gleich unten bleiben, um zu gucken, wie wir löchern, weil wir ja ein, zwei Kugeln werden wir sicherlich abfangen. Okay, das könnte das Lost Gold Fort sein. Das liegt noch weiter hinten, ne? Okay. Und das war's. Also die Auswahl liegt nur bei zwei. So weit ist das gar nicht, glaube ich. Nee, nee, es ist nicht weit. Da müssen wir mal gucken, ne? Das Problem ist, wir kommen halt an nichts vorbei, wo wir Sachen abgeben können. Das ist ein Problem, brauchen wir nicht. Also es geht, wenn das jetzt das erste ist, äh, gerade dahinter aus und dann ein Stückchen nach rechts ist der Plunder Valley, wo wir abgeben könnten. Oder beim Lost Gold Fort, von da aus. Ah, es lohnt sich nicht. Die Dinger, die wir hier drin haben, sind vielleicht 2000 wert oder sowas, wenn wir so kommen. Ja, das stimmt. Also das ist... So, die Segel einmal richtig reindrehen, damit wir ein bisschen mehr Fahrt haben. Nee, nicht. Bisschen nach rechts. So, nach rechts sagst du. Ja, so lass die halt. Geh mal nach oben. So. Oh, er ist rot. Ich bin nicht ausgedrückt. Er ist rot? Ja. Okay. Nee, jetzt ist er grün. Ist so gut. Vielleicht wäre gerade jemand drumherum. Ja, und schießt wahrscheinlich drauf. Aber wir sehen es ja gleich. Weiter voraus ist das doch ein Frack. Ja, aber noch ein weiter fern. Das könnte aber auch unser Frack sein, was wir eben gemacht haben. Stimmt. Ja, das sieht auch genau so aus. Musste... Ich gucke nämlich die ja... Äh... Das freundere Teil raus. Stimmt. Ja, wir kommen ja von dir. Ja, ja klar. Oh oh. Äh, Trico? Ja. Rechts. Ich sehe rein gar nichts, ne? Äh, Steuerbord. Ja, reicht. Ja, reicht. Sieht gerade aus. Reicht, reicht, reicht. Wisst ihr, was das Blöde ist? Hm? Was denn? Ich glaube, der Sturm zügt direkt auf die Festung zu, Alter. Ja, das ist schön da. Ich habe einmal bis jetzt im Sturm gekämpft und nie wieder. Ja, das ist echt mies, ja. Nein, das geht gar nicht, Alter. Der Sturm fährt, glaube ich, sogar mit uns. Äh, Segel nochmal setzen? Neun? Ausrichten? Äh, Stück Backbord. Ja, komplett einschlagen, ja? Oder willst du gucken wegen dem Wind? Ja, komplett einschlagen. Ja, ich will... Ich sehe es ja nicht, weil das Segel gerade schlapp runterhängt. Deswegen weiß ich nicht, wo ich hinfahre. Okay, jetzt ist wahrscheinlich dieses, äh, die Gold Cave. Weil das hier vorne ist, glaube ich, das andere. Wir könnten hier Kugeln und so einsammeln. Ja, aber... Weiß ich nicht. Ja, wenn wir Glück haben, brauchen wir nicht viele. Ja. Bist du oben, eben? Ich bin oben. Ich bin oben jetzt, oder was? Ja, okay. Hast du dir schon vorgemacht mit Bananen? Ah, warte. Ich trinke auch mal ein paar Barrette, aber? Wer weiß. Äh, erst... Bananas. Und Kanonkugeln, ne? Da sind keine Krähen, aber irgendein Fall. Okay. Es ist so riesig, das Skelett. Normalerweise sollte man doch schon eine Insel sehen, oder nicht? Eigentlich ja. Äh, ja, ich seh sie schon. Echt? Ja. Ich seh überhaupt links, Alter. Doch, ich seh sie auch. Wir fangen genau drauf zu. Die taucht gerade langsam auf. Ja. Gut, dann sag mir mal, irgendwie Aussichten, wo die Türme stehen, rechts oder rechts? Die Türme ist links. Links stehen die Türme. Und das einen sieht man, der steht sehr weit im Wasser drinnen. Ja. Sehr weit im Wasser, das ist sehr gut. Könnte man sich dazwischen parken? Nee. Hä, was schießt da von uns? Geschossen. Ja, von links. Vorsicht, ich könnte Löcher geben. Nein. Ich geh schon mal runter. Nee, das ist von der Insel. Ja, ja. Achtung, der kann treffen. Der trifft nicht. Doch. Doch, der trifft nicht. Nein, doch nicht. Haha, gut gehabt. Gerade noch so. Haha. So. Er ist genau mittig auf der Insel. Ja. Ey, diese Seile, die gehen mir so auf den Sack. Die hängen hier direkt in der Fitfeld. Na ja. Ja, ich muss mal gucken, welche Insel das ist. Das ist diese Gold... Ich komm mir nicht mit Namen, das weiß ich nicht. Komm mir nicht mit Namen, ist auch gut. Ja, ich muss die Form sehen. Okay. Ansonsten weiß ich nicht, wo man da anlegen muss. Man sagt, wie viele Fracks im Wasser. Ja, ein paar, ne? Ja, die Leute spielen kaum noch. Und deswegen wird sich gemütet, ne? Naja, klar. Jetzt ist die Zeit für uns Schatzsuche. Und jetzt kassieren wir alles ab. Ja, mal gucken, ne? Gut, er ist noch bei einem Schiff in Sicht. Nee. Und du fährst genau auf den Turm zu, Chico, ne? Ja, äh, also. Der ist jetzt rechts von uns. Also, auf jeden Fall einen an den Segeln gleich. Ja, das mach ich. Mach mal den mittleren Stück hoch. Guck mal. Oh, oh, es geht los. Okay, Yolo, bist du unten oder oben? Ich bin gerade oben. Ja, komm mal runter. Oben brauchen wir den Weg. Wir müssen gleich Löcher flicken. Die Sache mit Nägeln, ne? Okay, das ist die hässliche Insel. Da können wir dich viel mit den Kanonen ausrichten. Das heißt, wir müssen nur schiffslicher parken. Okay. Alles geht los, Mann. Verdammt, das. Kugeln sind relativ nutzlos. Ja. Und Bretter. Hinteres Segel hoch. Hinteres Segel hoch, okay. Okay, da kommt die... Achtung. Hoch, ganz hoch. Das Segel. Weide Segel hoch. Ja, ein Stück noch. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Wir sind unten und warten auf Fläche. Das hintere Segel. Das hintere Segel. Hintere Segel. Oben, das ist das Vordere. Das hintere Segel. So. Ersten Löscher sind da. Ja, ist hoch. Okay, wir brauchen... Ja, nee, jetzt brauchen wir ein bisschen... Äh, Schuhe. Das war zu viel. Okay, an den Anker. Anker, 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 Anker. Scheiße. Nein! Egal, das können wir flicken. Das flicken hier. So, runterflicken. Wo ist das noch das? Kriegen wir Kanonenkugeln ab? Nö. Ne. Sehr gut. Flicken. Geflickt ist. Ja, okay. Was ist das denn? Die schießen ja gar nicht mehr. Ja, die können jetzt nicht uns schießen. Aber wir sind auch so reich, weil der Kanon. Weil, die haben ja selber... Die sind ja feststürzt. Was ist eigentlich so mit dem Anker geworden? Ist das Ankerlicht? Ne, ne. Ja, ja. Was? Der ist doch nicht gelichtet? Nein. Ja, wir rutschen nämlich die ganze Zeit vor. Okay. Nein, warte. Ne, jetzt sehen wir. Ne, ne, der Anker ist unten. Wir laufen voll. Jungs, wir laufen voll, ne? Oh. Ich hoffe, ihr macht Löcher. Was? Löcher? Rutschen noch. Ach, weil... Irgendwie sind wir gerade nicht noch weitergerutschen. Ich weiß noch nicht, warum. Ne, das war... Wenn wir an Land stoßen und der Anker ist, dann rutschen wir weiter. Das ist richtig. Da müsste dicht sein. Immer mal kurz. Jo. Da müssen wir Löcher. Es werden gleich noch ein paar Löcher dazukommen, ja? Warte. Wir sind keine Löcher mehr. Hier ist das zu. Ja. Da sind hier noch Löcher hier. Ach, ja, ich komme ja schon. Es werden jetzt ein paar Löcher dazukommen. Also das noch hier hinten ist echt gut. Ja, es werden ein paar Löcher dazukommen. Ich hoffe, wir haben es hier. Weil? Weil ich das Schiff jetzt drehe. Und wir schieben uns jetzt direkt zwischen den Kanonentäumen, damit die uns Schutz gewähren. Okay. Vor anderen Spielen. Brauchst du mich noch mal an Anker oder was? Äh, ne, noch nicht. Wir machen jetzt nur das vordere Segel ein bisschen runter, damit wir jetzt davor schieben. Ganz sachte. Jo. Ganz sachte. Ist doch sachte. Kennst du ja, wenn du den Anfang runterlässt, lässt du erst mal salbe Segel fallen. Waaat? So, und hier vorne kommen wir auch auf die Insel wunderbar, ne? Ja. Ja. So, da vorne, der sitzt an der Kanone, der Typ da, ne? Könnt ihr den mal wegsnipern, Sicherheitssnipern? Machst du? Ja. Können Snipern. Okay. Okay. Könnt ihr ihn höchstens wegkannonieren. Ja, okay. Lass den Anker fallen. Anker fallen lassen. Anker fallen. Anker fällt. So, guck mal. Jetzt haben wir auch eine wunderbare Stelle, wo wir die locken können, oder? Ja. Stimmt. Segel hoch. Was schießt er? Das war ich. Okay. So, dann schatten wir nochmal kurz die Gegend ab. Nicht, dass uns hier irgendeiner nervt. Ich gehe schon mal rüber. Ja, und wer geht noch rüber? Ja, ich gehe mit, warte. Wollte gerade sagen. Die Leute wollen ja was sehen. Geht los, geht los, geht los. Aber wir müssen mal kurz hier mal ein bisschen witz. Ach, hier ist die komische Munikis. So, äh. Halt, Yolo, hinter dir. Oben. Hol die Kiste, die Kiste, die hinter dir ist. Gleich, wenn der Zug ist. Was ist das? Was ist die Kiste? Ah, okay. Warte noch nicht, der schießt auf dich gleich, ne? Okay, hab ich. Hasten? So, wir locken die wieder raus, ne? Soll ich wieder in den Hürtel legen? Äh, nee, halt. Da vorne hin. Da vorne hin. Auf den Steinen. Das ist für euch die Reserve, wenn ein Auto kommt mit den goldenen oder sowas. Achso, ja. Achso, okay. Ja, aber ein Schuss und die sprengen weg. Einmal da oben auf dem Haufen. Ja, hier sind auch noch welche. Was? Hier liegen auch noch Kisten. Ja, dann pack die auch noch dazu und dann nehmt ihr euch immer einen, wenn ihr die braucht. Ja, warte. Hier war fast. Wo hast du hier einen jetzt hingepackt? Genau da. Da, wo du bist. Schmeiß einfach da hin. Da, genau. Ja, gut. Guck. Oh, nur eine. Nein, es ist der Bombenmann. Ja? Der Bombenmann. Ich glaub, der Lohle ist tot. Ja. Ah, toll. Warte. Jetzt ist der Mann mit dem Fass. Oder eher das Gelächter. So. Wo sind sie denn? Ich glaube, so einer mit dem Fass. Vorsicht. Ja, ich hab schon gesagt. Ob wir auch noch ein bisschen was werden. Boah, der kommt ganz schön schnell runter. Der kommt ins Wasser. Der kommt nicht mit ins Wasser. Da können wir die wegknallen. Warte. Er kommt, der kommt, der kommt. Oh, daneben. Ist schon treffen. Alter, komm, wir zurück und wechseln mal zur Pistole, weil irgendwie... Ich hab nicht mehr so eine ganze Frage. Nee, nee. Also du bist nicht so weg. Pistole oder Schafpistole. So, so, ja. Alter, Junge, hast du das Schiff gerade weggedrückt, ey? Was? Kam mir so vor, als die Detonation das Schiff ein bisschen weggedrückt. Ja, gut, das kann sein. Tut mir leid, ich wieg halt ein bisschen was schnell. Boah. Läuft bei dir. So, ähm. So, ich geh mal wieder rein. Wo wir mal zur Mannen müssen. Ich laufe die wieder raus. Okay, ich komm auch wieder. Und dann bringt er sie zur Kanone. Da kann ich sie wegballern, ja? Ja. Wir gehen jetzt mal in den Gang hier hoch. Da, da, wo du stehst. Da, wo du stehst. Da kann ich perfekt hinschießen. Ich kann mir natürlich auch die Kanonen verholen. Ah, da oben ist die. Ich glaub, die kommen runter. Warte. Oh, oh. Ich versuch mal vom Vorm auszuschießen. Vielleicht krieg ich den vom Vorm aus besser. Oh, oh, oh. Da kommt einer. Da war nur einer drin. Hey, Kugeln brauche ich. Ich hab auch keine Kugeln mehr. Haben wir irgendwo Munition? Die kommen hier alle. Nee. Ja, komm zum Strand. Wie gesagt, also ich kann vom Torben aus alles beschießen. Ich kann auch in den Torben oben reinballern, ne? Ja, ja. Aber hier ist gar nichts, Alter. Hier hinten sind welche. Aus dem Turm kommen sie jetzt. Außen Turm? Ich bin grad im Turm, Alter. Da ist gar nichts. Ja, ihr müsst ihr auch erst versuchen, ne? Das ist jede welche. Das wissen wir. Ey, wir hatten auch noch grüne Augen, der Scheißkerl, ne? Ja, ich kenn's. Ja, wir haben, glaub ich, den Trickern noch nicht erwischt. Soll ich auch kommen, oder? Okay, jetzt hab ich hier komische Bucke am Schert. Ich komm auch mal, ansonsten. Nee, ich komm nicht mal runter, Alter. Was ist hier los? Da kommt nix von mir. Oh, ich hab wieder einen Bumpfers gefunden. Ist ganz gut, aber hier passiert nix. Komisch, komisch. Also, wenn ne Skelette kommt, ist der Ticker auf jeden Fall am Laufen, weil... Ja, die Musik ist ja auch da. Ja, aber es ist noch nicht so, was losgeht hier. Es ist nur so... Die... Ja, ansonsten wären ja überhaupt keine Skelette da, ne? Das darfst du auch nicht guter, das war's ja früher. Alter, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich komm hier an den Strand, zum Wort, ich kippe Musik los und werd geschossen. Alter, was ist denn hier los, Alter? Es war grad alles leer, ich stell die Kiste ab, will mir Munizur nehmen, geh aus Versehen an die Kiste, auf einmal... Alter... Also, es soll irgendein Fass explodieren? Ja, ich komm als Stratt und krieg hier alles ab. Alter, schießt der hier so scharf? Ja, ich glaub, wir müssen zusammen kämpfen, sonst kriegen wir tierisch in die Presse, ja. Wie schon. Und eine Banane? Ich hab noch eine Banane, Alter, was ist da denn los? Lass uns mal hoch hier. Oh, jetzt kommen die, jetzt kommen die da oben, jetzt geht's ab. Oha! Nein! Weg! Oh nein! Oh nein! Nein! Da kommt die weg, Alter! Nein! Doch! Nö! Das war echt toll, ich musste rutschen, das war das mal weg, da. Oha! 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 Ah! Ah! Oha! Oha! Weshalb man sie nicht so machen lassen! Alter! Whitio! Nein! 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 Nein!! Sorry Auntie! Nein! Ich kasse sie. Aber explodieren die, wenn man noch13rum schießt?! Sie schon. Ja, Aber... Ja, Du musst nurpellar从 links draupchießen. Ich hab gerade eigentlich drauf geschossen zu sein, aber ... entweder mich vor der leben gebannert er wollte ja soll hast du auf die kiste geschossen aber das gelett hat mich gerade geschlagen und dann hat es umgemacht einmal anstehen hallo guten tag nette augenklappe bin ich jetzt hier alleine dran oder wie wir kommen gleich wieder wir machen es gerade ein bisschen bequem hier beim leichen geroch kurzen weichen spaus und so also das war die die weiß nicht was man gegen die sollen ja weil da wird die werden auch nicht weniger doch ein paar wellen haben wir jetzt schon hinter uns als da aber ich habe es nicht so das geschieht dass das hier ist ja da willst du eine freie sicht da was passiert so ein blatt genauer dass ich nur sich nichts aus der grüne das ist also die stelle ist ziemlich gut hier ach so da kommt einer mit bomben fass und da weg der jolo habe ich nicht erwischt ich aber noch einer mit dem fass ja ja der ist mir jetzt egal ich bin im schiff ja aber nicht alle erwischt erwischt sauber nächste welle vielleicht auch nicht auch da und 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 die habe ich gleich jungs ich habe keine bunni mehr ich hab den scharfschützen wasser du hast mich so eingeheizt du musst ja da sein ja ja ich komme gerade ok dann lockst du gerade her ok ich kämpfe gerade irgendwie irgendwo ist noch einer da 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 ok nackst du wo ist mit der banane nichts gegen ballaststoffe ehrlich so da geht es gern geschehen juno hat dir den arsch gerettet oder naja da wo wir dann drüber reden dann müssen wir kurz ein paar bananen holen und dann müssen wir kurz ein paar bananen holen das mit den fässern das geht mir so auf den senkel das ist echt schwieriger geworden ja dass du doppelt tasten drücken musst oh was haben wir denn hier eine giftkugel wunderbar noch ein banan vor allem dass die mit den fässern der hand dann noch so schnell sind das ist auch ein ganz schönes bedäubchen also die sind in der mitte sind ein paar also ich höre sie zumindest da unten ist er ne das bist du das ist Chico was sind die denn was sind die denn das ist nicht ganz oben ne ich war grad ganz oben ok da rennt so ein krümlicher typ mit so einem Fass rum das ist Chico guck mal in den Boden rein oh guck mal da unten sind voll viele ach du scheiße das ist doch der Schatz ne da müssen wir hin die Kisten doch hier pass auf ich leg das Ding jetzt hier hin ja ja leck da ok weil der Scheid da unten ist er da ich seh ihn warte mal ach du willst ihn direkt töten ja meint er das klingt was ja der hat irgendwie festgebockt so jetzt drauf schießen oder wollt ihr raus gehen oder wollt ihr drin bleiben Möhren drin komm nein oh ja 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 der Möhren drin komm nein oooh weg hier er kommt oh alter machen wir es platt hier oh nein ok Bumfass brennt und das Bumfass hat nicht wick hier wick hier wick hier keine Schwarz hier nein 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 hallo aah ich bin's Wasser gefallen verdammt Mist ey da was mit dem Bumfass an Edelstring wegzurennen versuche ich jetzt in die Meuten reinzurennen damit die ihre Kumpanen wegsprengen das ist natürlich auch ne möglichkeit das ist auch ne ja warte irgendwie mehr Sinn als die Bumfass wegzulocken naja ich fand's ganz lustig wenn ihr ja du hast deinen Spaß oh ey 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 du lebst noch ne jetzt nicht mehr ne du hast gerade gesagt du lebst noch Bum bin wieder da ey 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 da sind zwei da sind zwei pass auf ey ey ne ey 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 so ein Kack-Server habe ich mit so einem Ping von, keine Ahnung, jetzt ist er weg, oder auf 60. Hast du einen Ping von 60? Echt? Nicht ganz so geil. Naja, gut. Seid ihr oben im Turm, oder? Brauchst du jetzt keine Banane rein? Da kam gerade noch einer aus dem Turm. Komm mal hinter dir. Jo, lange. Vorsicht, da kommt einer mit dem Bombenfass. Aaaaahhhh. Achso. Was ein Arsch. Hinter dir, hinter dir. Ganz komischer Typ mit dem Bombenfass drauf schießen. Ich habe das Gefühl, den brauchen wir noch, ja. Und unten am Wasser steht unten, Rainer, oder? Nee. Das ist mittlerweile hochgegangen. Dann habe ich, äh, leider, im Eifer des Gefechtes meint den Skelett gegen dich keine Chance zu haben und hat sich dann damit selbst in den Luft gespenkt. Ja, ja, ja. Unfälligerweise, ne. Immer dieses Skelett ist schlimm mit denen. Tja. Habt ihr den? Nee. Also irgendwo ist hier noch wieder einer. Ja, jetzt. Ja, ich hab ihn. Hast du? Komm auch noch rein. Achso. Juhu, ne. So geht's auch. Muss der nächste, wenn er gleich kommen, ne? Ja. Jetzt. Aber ist gleich drauf da. Gar nicht. Bordi, Bordi. Bordi, Bordi. 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 Fertig. Treibt sie in die Mitte. Oh. Hä? Ich guck das was her. Ich guck das was her. Da ist wohl irgendeiner mit Fass gesporen. Ah, die haben sie alle in die Mitte gezogen. Ja. So, alle erwischt. Wie, du lebst noch? Du hast schon erlebt? Ja. Sauerei, Kameradenschwein. Was? Er ist ein Kameradenschwein. Ich bin einfach beiseite getreten. Da hast du dir erklärt, warum wir Handschweine haben. Oh, gar mehr Handschweine. Ehrlich. Das liegt bestimmt daran, dass er noch zwei Beine hat. Und mir nach, ich folge euch. Oh, ich glaub der Käpt'n kommt jetzt gleich. Oh, oh, oh. Da kommt ja ganz viel da. Oh nein, Bumpfass, Bumpfass. Ah. Nein. Scheiße. Man hört nur noch. Einfach gesagt, knall so. Ja. Gerade gesporen, das erste was du hörst. Bumpfass. Ah, geil ey. So, jetzt wird's dunkel. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die dunklen. Scheiße ey. Oh man ey. Was? Helloween? Ja, ja. Steht auch gut. Steht auch gut. So, ich komm zurück. Was ist das für so ne komische Musik? Was? Ist das die Käpt'n Musik? Ja. Ich mein schon. Die haben's auch geändert, glaube ich. Ah, Bumpfass. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's überlebt. Ich hab einen Bumpfass überlebt. Nein, wo bin ich hin? Was ist denn jetzt hin? Da lang, ne? Also ich bin in der Mitte und hier sind noch zwei hinter mir. Danke für deine Tromme. Drei. Ich kann leider keinen rustisch. Ich bin direkt hinter dir. Den einen hab ich. Perfekt. Ich bin jetzt beschäftigen. Okay, haben wir. Komm, lass uns hechten. Ich hab noch eine Kugel. Ich glaube oben ist noch ein Munition zu nachladen. Ich hab noch alle. Also hier spawnt er nicht. Nee. Ah, hier ist Munition. Irgendwo sind die spawnt. Die spawnen unten. Die kommen in die Mitte hoch. Okay. An der Tür. Vorsicht. Oh, cool. Da ist einer mit Bumpfasskomms. Einer mit Schadenschütze. Lass uns jetzt. Oh nein. Ich hab's getroffen. Yes. Yes. Skilletbomba. Ich hab mit Chief mit freigeschaltet. Du bist dafür schuld, dass wir jetzt tot sind. Skilletbomba. Scheiß drauf. Ich hab mit Chief mit, Jungs. Scheiß drauf. Weil du uns wahrscheinlich hochgejagt hast. Ja, klar. Ja, dafür wir müssen am Meutern schicken. Ey, was machst du denn dagegen? Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Toll. Moin Jörn. Hallöchen. Immer noch am Zocken. Fuck man, Alter. Hat der uns einfach hochgejagt? Ja. Ey, was machst du denn hier? Ja, guten Tag, hallo. Aha. Ist er doch noch in der GOM. Ja, das war dann. Das war dann doch nicht so das wahre ohne uns, ne? Nee. Hm. Verständlich. Ich wollte ja nicht Kameradenschwein sein, ne? Das geht. So, kurz mal gucken. So, wie sieht's aus? Ich glaub, gleich müsste der Captain kommen. Ja, der braucht nicht mehr lange. Oh, du. Hier ist schon keiner. Die sind am Stand schon. Ja, schön. Oh, da ist noch einer oben drin. Ich brauche eine Banane. Ey, wo ist er denn hin? Achso, ich komm. So. Und dann geht's nach oben. Oh. Hier hängt doch schon wieder irgendwo einer am Gebüsch, oder? Nee. Nee, nee, komm mal. Komm von oben. Uh, alle mit Waffen. Uh, alle mit Waffen. Vor der Banane. Hinter euch. Ah, nein. Oh, hab ich ihn. Das ist rot. Was sind? Da kommen noch zwei von oben. Ach, die wollen die mich nicht, Alter. Hatte? Muss ja einfach mal nachladen, Alter. Ja, das stimmt. Sind wir noch ein paar Stunden hier an. Sind noch, äh... Nächste Welle kommt. Elf Stunden. Achso, keiner mit Fass oben. Bleibt da oben. Oh nein. Äh, der ist bei mir, der ist bei mir. Oh, ich bin tot. Jawoll. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, hab ja gesagt. 24 Stunden, Jörn. Boah. Was ist das denn, Alter? Ich hab da irgendeine grüne Kugel. Ja, das ist eine Spezialkugel. Die können wir dann, äh, fürs Enter nutzen und dann wie sowas. Sobald ich gespawnt bin, bin ich mal kurz auf 2, ne? Das geht doch jetzt. Ja, ich glaub ich müsste auch. Warte. Warte mal, Jörn. Ja, erst wenn du spawst, ich jetzt aber. Ja, ja, ist schon klar. Nicht, dass er stirbt und, äh, dann alle weg sind. Wo sieht's aus? So, 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 so. Go, 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 go. Oh, kackei. Oh Mann, Alter. Was sind die denn? Ich weiß auch nicht. Ich bin gleich wieder da. Ich auch. Ist da irgendwo da ohne, oder? Ja, gefunden. Ah, verdammt. Da bin ich hops gegangen. Schade, schade, schade. Ach. Egent hier jetzt echt, oh. He, he, he. Was? Und damit wieder zurück in die Welt der Liebte. Ja, Chico steht da hinten, muss auch mal hin, keine Ahnung. So, wie läuft's? Ah, naja. Schleppen wir. Er hat mich komplett im Stich gelassen. Und jetzt willst du sagen, du hast nicht ein Skelett getötet. Doch. So, wieder da. Und fertig mit der Welle. Fertig mit der Welle. Hast gehört, du hast alles ganz alleine gemacht. Alter. Ja komm dann. Da gehen wir. Ein Tag und eine Nacht hier rum, ja? Da gehen wir für Schulstücken. Ja. Alter, Headshot. Alter. Oh, da kommen wieder Männer. Zwei Stück. Chico, aus dem Weg. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht stehen. Oh, die haben sich selber in eine Luft gesprengt. Alter. Oh Mann. Die haben mich einfach eingekesselt mit ihren Fässern. Die haben mich voll in die Luft gedrückt. Oh. Die wollten es haben. Ich komme. Sniper. Eigentlich nicht, oder? Sniper is down. Oh, oh. Irgendwas findet er mit einer. Nein. Ich bin down, verdammt. Scheiß Schrotflinte, Alter. Ja, aber ich finde, die Sniper sind manchmal schlimmer. Alter, Junge, ich dachte, du machst den hinter mir fertig, Alter. Was? Was? Ich habe doch gesagt, ich bin down. Und ich wundere mich, warum kommt der davon. Oh, ne, hier ist ein Schfass. Oh, du kleiner Muschi. Komm rein hier, Alter. Komm. 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 So, ich bin wieder da. So, weiter geht's. Ich muss mich mal kurz... Oh. 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 Okay. Also im Turm. Oben auf dem Turm. Ja, okay. Ah, ich habe eine Tanzkugel gefunden. Die Kisten sind neu gespawlt. Ich opfere mich. Überlobung, freigeschaltet, Kettenreaktion. Kettenreaktion. Du hast drei Stück geopfert. Kann das sein? Ja. Das kommt hin. Geil. Die haben da gerade runter an der Weide befasst. Ich habe mir so gedacht, den nimmst du jetzt mit. Sind die ganz oben, oder was? Ja, ja. Also jetzt nicht mehr. Kettenreaktion. Hallo. Entweder wäre... Fässer habe ich. Oder wäre es... Achtung. Von alle. Oh. Oh. Pass, 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 pass. Toll. Scheiße. Was sagt euch denn jetzt? Fass. Was soll das so? Eins? Ja. Also bitte. Ich mache mich nie alleine mehrere Fässer weg. Und euch macht... Ein Fass weg. Zu zweit. Ich habe euch auch gerade mit zwei... Irgendein Skelett hat jetzt Kettenreaktion freigeschaltet. Ja. Das ist... Das liegt aber daran, dass wir die Skeletten ja mal versuchen zu überzeugen, dass sie doch eigentlich lieb sind. Und wir sich streichen und ganz nah ran gehen, weißt du? Hey. Ich habe Soundtracks. Die Musik ist da. Die Musik ist kurz weg. Die Musik ist wieder da. Die Musik ist wieder kurz weg. Oh. Der Käpt'n ist da. Oh. Der Käpt'n kommt. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Geht los. Geht los. Ich habe es gemessen. Oh. Oh. Na jo. Ich höre die Mucke. Auf geht's. Ich habe keine Mucke. Doch, doch. Schneller, schneller, schneller. Ja, ja. Der hat auch die Gelegenheit mit dem Morgen. Im Turm, oder wo? Im Turm. Ja, hab ich. Da ist er. Ja. Ach du. Rumpf, das war in der Nähe. Ach. Komm. Yes. Jawoll. Schlüssel. Passt du? Das ist hier oben, das Ding. Ja. Hier. Schatzkisten. Hier, mach auf da. Chico? 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 Wo ist denn hin? Das ist einfach abgehauen. Der Schatz ist mein. Komm her. Dann kliff mir nicht auf hier. Warte, wo ist er denn? Hier oben, ne? Ja, hier oben, wo wir stehen. So, das Ding. Uh. Ja. Scheiße. Was haben wir denn? Juhu. Ah, das ist eine gute Ausbeute. Kiste mit seltenem Tee. Boah. Also, die fliegt, sie ist ja eine Schichtbarkeit. Und weh, jemand schießt jetzt hier rum, Alter. Eigentlich bei den Fässern, die hier drin sind. Ja. Das ist ein Bobenfässer. So, erstmal alles weg hier. Wir könnten mit dem Schiff noch ein Stück vorfahren, ne? Ach komm, lass. Oh Gott. Macht jetzt, äh, glaub ich, den Kohl nicht fett. So, gleich halb fünf. Yes. In fünf Stunden geht's los mit Station, ist Community Play. Geil. 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 Schon mal richtig gefreut, ey. Hä? Ja, freut sich ja jemand richtig. Ja, also, ja. Was ist denn das hier? Festungs... Warum ist da Festungsschiffspulverfass? Verstehe ich auch nicht, was da ist. Vielleicht kann man da irgendwie... Bin mir nicht sicher, ob wir draufschießen sollten, um zu gucken, was passiert. Nein. Bitte erst werden die Sachen raus haben, Chico. Aber ich glaub, vielleicht kann man da irgendwie... Alter. Pass auf. Der Sprengstoff steht direkt vor der Tür hier. Ja. Ist alles rausgeholt her? Nee. Naja, ich hol alles raus, was passbar ist. Oh, Kiste mit ausgezeichnet im Ernst. Ich bring schon mal so ein paar Sachen weg, weil... Ich hoffe, uns lauert keiner auf, oder so. Was wäre nix jetzt? So. So. Musst mir direkt gleich den Hafen, äh, anfahren, ja? Ist jetzt irgendwie gleich in der Nähe. Ach ja, stimmt, richtig. So. Oh, da ist noch was. Oh, ich wieder an. Ach, wunderbar. Auf jeden Fall. Bugging. Ach, du schießt dich mal hoch, ne? Stimmt. Ja, ja. Hätte ich eigentlich auch machen können. So. Weil du jetzt auch nicht schneller warst als ich. Ja, ich hab ein bisschen Landepech. Das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. So, haben wir alles raus? Nehmen wir die Schließpulverfächer auch mit, oder? Joa, bringen wir auf den Mars. Da grad nichts los ist, haben wir ja Zeit. Äh. Und Zeit bringt Geld. Ja. Der ist richtig. Äh. Der ist nicht. Also eigentlich muss man sie grundsätzlich erstmal sowieso rausholen, falls da noch was unterbuggt. Das ist ja auch manchmal, ne? Der ist richtig. Das war jetzt? Achso. Das war immer ich. So. Jetzt müsste alles raus sein. Geht alle noch einmal kurz durch zum Gucken. Und dann liegt alles eigentlich vor der Tür. Aber ich seh auch nicht. Ja, ich bin das fast mal kurz hoch, ne? Auf dem Mast, ne? Ja. Da vorne auf die Spitze des Schiffes. Ja, gut, da muss es sein. Ja, da macht's auch Schaden am Schiff, ne? Ja, da stellst du dir auf. Ja, aber oben ist glaube ich am besten, oder? Ja. Ja, oben ist am besten. So. Ich seh hier soweit nichts mehr. Sieht gut aus. Sehr gut. So. Das spalten alle näher. Weiter verwendet. Welche Kanone verwendet ihr? Äh, die vordere. Welche von den beiden? Links oder rechts? Ja, äh... Links. Ja. Ich weiß ja nicht, welche ihr ausgerichtet habt. Äh, du kannst dich ja nach links schießen, ne? Oh. Das ist die falsche. Äh, das war aber die rechte. Äh, Chico, du wirst über die Insel fliegen. Und da fliegt ja über die Insel. Ne. Würde ich nicht. Wo bist du denn reingeflogen? Ne, das war ne Kanonprojekt. Ach so. Ich bin direkt nach Fassgeladen, hallo. Das ist der mit exotischer Seite. So gut. Also meine Kanone ist perfekt ausgerichtet, meine Herren. Ne, welche denn? Die linke. Aha, gut. Dann kann man hier nämlich gleich wieder ins Wasser springen. Und gleich wieder da. Hat sich das schon wieder gelohnt. Ja. Und das war ne richtig schöne Beute. Auf jeden Fall. Ja. Banane. Ja, da ist direkt bei... Ne. Aua. Boah. Ich bin überhaupt nicht falsch. Ja, du bist halt... Ah, ich auch gerade. Nein, ich blieb voll tief. Also eben war das besser. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Da ist schon ein Tacker, ne? Einen Tacker. Einen Tacker. Einen Tacker. Yolo, der fliegt richtig schön. Das ist einfach auf einer Seite wieder, ey. Boah, hey, der Kanone ist perfekt ausgerichtet. Wui. Also ich bin nicht direkt davor gelandet, ey. Da ist irgendeiner von euch fetten Gießtereien gekrabbelt und hat das nicht bestellt, ey. Wahrscheinlich. Ich hab meine Banane... Äh... Warte mal. Erstmal... So nice. Aua. Alter. Erstmal die Banane rein und schön vor fetten. Aua. Ich muss erstmal... Äh... Ja. Schön. Nice. Alter. Wo fliegst du denn hin, der? Ich bin... Alter, ich bin von der Insel runter, Alter. Aber sowas vorbei. So ist ja nicht mehr viel da. Ja. Er hat sich das Schiff gedreht. Alter, voll gegen so eine Spitze geballert und die haut mich voll weg, du. Oh. Du bist doch auch irgendwo hier rumhecken. Nee, ich bin im Wasser, ich bin echt, ich muss richtig weit schwimmen. Ja, ich wäre auch viel über die Insel geflogen. Oh mein Leul. Schön, ey. So, dann müsste noch ein Fass da liegen und ein Gefäß. Dann haben wir alles. Ja, ja. Ja, ja. Warte mal. Ja. Habt ihr eigentlich schon Haie gesehen? Also ich hab noch keinen Haie gesehen. Guck mal grad auf. Nee. Ich auch noch nicht. So, ich kletter nochmal rein hier. Äh... Ah, ja, ja, ja. Scheiße. Ich bin auch gelandet. Alter, hier geht's ja noch. Aber das Wort geht ja noch. Ich bin hier hinten im Wasser jetzt gerade gelandet. Ist jetzt nicht ganz so schwer. Also eine Kiste... Ne, zwei Fässer sind noch da. Zwei Bum Bum Fässer und dann können wir abdecken. Da kommt nicht so komische Musik. So. So, gleich kommt der Kraken und der Hals. Ja. Das wird mich nicht mehr wundern, Alter. Dieser Megadolon oder wie er heißt da, ne? Alter, hör auf, der ist richtig schlimm, Alter. Ja. Muss mal kurz hier. Wenn der kommt, dann müssen wir sowieso abhauen, weil wir können den nicht mehr bekämpfen. Okay. Muss mal kurz hier ein paar Bananen essen. Wo waren die Bananen? Das ist ein Mist hier. Ja, für den Megadolon sind wir überhaupt nicht ausgerüstet. Äh, Schiff in Sicht, Schiff in Sicht, Schiff in Sicht. Oh, weg, 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 weg. Komm, scheiß drauf, wir haben nur noch die Dingenskisten. Die sind direkt vor uns. Oh, oh. Warte mal, vielleicht sehen die uns nicht. Ne? Doch, das könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Wo müssen wir überhaupt hin? Soll ich schon mal Segel setzen? Oder erst mal nichts machen, so alles zu tun, als ob nix. Ja, genau, Kirsten. Ne, genau. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Definitiv, ja? Ne, ne, die sehen sich, die sehen sich. Ne, ne, die sehen sich, die sehen sich. Die sehen uns nicht. Ne. Ich glaub, die ignorieren uns. Perfekt geparkt, Alter. So, Jungs. Also hauen wir ab, oder was? Ja, Segel setzen wir. So, dann gucken wir mal nach, wo das Scheiß-Ding ist. Und dann müssen wir langsam hier rausfahren, sonst haben wir wieder ein paar Löcher. Jo, die gehen wir hier in uns. Warten. Blunder-Outpost, können wir. Ja, machen wir. Dann müssen wir das nicht irgendwann in der Nähe. Ja. Geradeaus einfach nur. So wie das Schiff steht, geradeaus. Warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, ob er geradeaus eingeblend ist. Warte, bevor er... Ist. Ist? Okay, warte. Komm, hier. Äh. Äh, nein, ich kann auch nicht. Machst du da, Jolo? Wir fahren los. Ja, ja. Warte mal. Oh, oh. Okay, ist schon wellig gerade, Alter. Oha. Vier-Ecken-Augen? Ah, ich hab schon viereckige Augen, Mensch. Oh, oh. Ähm, wollt ihr das Gute oder Schlechte hören? Ja, das Gute ist, wir fahren genau da entgegen. Und das Schlechte ist, äh... Äh, ne, das Gute ist, denn es scheint noch ein Totenkopf zu sein. Nein, wir holen uns jetzt keinen Totenkopf mehr. Ich muss erst mal das Wasser hier raushagen. Dann haben wir den weggeschlagen. Ja, das ist so süß. Da, Jolo. Siehst du das Blenden da hinten? Das Gelbe in dem, in dem Sturm? Denke-Seite. Also, äh, ich bin hier auf dem Schiff, ne? Ja. Ich hab doch Händer. Da, wo der Sturm ist. Ja, guck jetzt. Oh, oh, was ist denn jetzt? Ähm. Nein! 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 Warum? Was denn? Was denn? Warum? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Die Musik! Nein, wir müssen weg hier. Ne, das ist von dem, äh, das ist von der... Seid hier! Scheuer von seinem Wachsortseite! Keine Ahnung! Was ist denn da? Ah! Die Kanonen! Feuer! Ernsthaft? Jetzt kommt die... Ja! Ich hab keine Kanonen! Jungs! Ey, was für ein Fichser, Alter! Dreh weg, dreh weg! Ich brauch erstmal ein paar Kanonkugeln, Jungs! So, ich bin wieder an Bord! Ja, komm, schnell, hier! Kanonkugeln! Ja, bekämpfen wir, oder was? Ach so! Ja, ich muss jetzt mal welche holen! Ach nie! Ach nie! Ich hab ne Acker-Kugeln! Ich hab auch... Ich hab unten so ein Kugeln drin liegen! Ja! Ich muss jetzt wissen, bringen wir die Schätze weg, oder nicht? Ja, klar! Wegbringen! Wir flüchten! Oh nein, den Megadolon! Nein! Ähm! Weg hier! Weg! Er kommt! Nein! Hilfe! Nein! Mach die Legs! 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 Das ist nicht, Alter! Weißt du, das letzte Mal so, der Kraken war ja doch in Orson! Weißt du, jetzt kommt man doch klein, aber... Piratenschiff und Megadolon ist doch... Hey, wie tanze ich denn? Tanze? Ich tanze! Nein! Oh nein, wir fahren direkt auf die Stille! Nein! Der Loot! Wir sind geangert! Oder? Ne, beide hast noch ein Schiff, oder? Wasser, 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 Wasser! Er geht nicht mehr, wir sinken, wir sinken, wir sinken! Das war's, das war's! Scheiße! Okay, dann hol die Kiste! Hol die teuerste Kiste! Das ist einmal die... Äh, die... Nein! Ich komm nicht runter, ich komm nicht runter! Ach, Mann! Warte! Warte, warte! Ich komm noch mal rein! Ich komm noch mal rein! Warte! Hey, das Schiff ist gesunken! Scheiße! Alter! Der ganze Blut weg, Alter! Der ganze Blut weg, Alter! Der Megadolon noch so! Naja, zumindest... Was für ein beschissener Zufall ist das denn? Ach, das schneide ich schön! Das Lobby vom Allerfeinsten! Das ist kacke, Alter! Weißt du, ein Piratenschiff ist ja eine Sache! Ey, wir haben gerade noch drüber gesprochen, ne? Ja, dass alles gleichzeitig kommt! Oh, Piratenschiff taucht genau vor mir wieder ab! Ja, schön! Toll! Die Black Pearl, ne? Ja! Alter, was ein Piss, ey! Hast du mega Loot, ey! Und da kommen die scheiß Megadolon! Müsst du nicht unser Loot jetzt hier rumschwimmen? Ja, ich guck grad! Ich bin im Wasser gespawnt! Juhu! 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 Ah, ich bin jetzt recht tot! Juhu! Ja, da schwimmen irgendwelche Sachen rum! Ja! Ja, aber dann schwimmen wir zum Outpost! Und, äh... Ne, ne! Du nimmst jetzt diese verkackte... Wie heißt das? Die verkackte Nixe und kommst mit dem Schiff her! Jo! Ey, ich bin doch im Wasser! Ja! Ich bin auch im Wasser! Ich bin direkt am Dings! Ich bin hier auf der Fähre! Digga! Achso! Wir nehmen jetzt den teuersten Schatz hier! Das sind die beiden Kisten! Ja! Wo sind die andere Kiste? Hast du ein Filter? Hä? Hast du ein Filter? Ach da! Mann, ey! So ein Mega-Leap, Mann! Du musst gucken, welche die teuerste ist! Grüße zurück! Die, äh... Die Hauptkiste! Jaja! Und dann gibt's doch ein Dings! Ey, ich bin... In der Taverne! Ja, dann stopp dir das Schiff und komm zu uns! Ja, ich komm, warte! Dann müssen wir jetzt, äh... Da hin, oder? Auf die Insel, da! Ja! Ja, ich verkauf dir und... Homer bringt's Triff! Genau! Ich such mal den Shade, aber ich find den nicht! Äh, der ist in der einen Kiste da... Also unter der einen Kiste war der! Hihi! Ja, ja! Nix hier! Scheiße, ey! Verdammte Mist, ey! Ja, definitiv! Alter, das ist echt... Aber das kannst du... Aber das kannst du auch mega nice schneiden, ne? Und, äh... Wann hast du denn mal so einen Scheiß, weißt du? Ja, das ist richtig! Bier nach jedem Fort! Ja, eigentlich... Ein Gefühl ist irgendwie... Ja... Gefühlt eigentlich immer! So, wo müssen wir hin? Plunderers Auspost! Ja, ist der gleiche! Ich hab' hier einen Hai! Ich hab' hier einen Hai! Okay! So, Plunderers Auspost sagt er, ja! Okay, wo muss ich hin? Wir kurz suchen! Wir müssen scheiß Karte! Da hinten! Haben wir's nicht markiert gehabt, Plunderers Auspost? Ja! Aber es kann sein, dass das gelöscht ist, ich bin mir nicht sicher! Ja! Ich glaube, bei neuen Schiffen, das ist meistens gelöscht! Wo waren das nochmal? Äh... Relativ weit oben links! Oben links! Okay! So, die teuerste Struktur ist Verkauf! Ja, dann komm mal fix zu mir, ja? Yeah! Plunderers Auspost! Mann, ja! Wo bist du? Ähm... Außen vor Golden Sands bin ich! Ne, ich würde ihr gerne helfen, aber ich hab' keine Karte vor mir liegen! Plunderers Auspost! Ah, ich hab's! Ja! Äh... Schwimm wieder Richtung Nixe! Oh, verdammt! Wir sind da so viele Schiffe in der Leer! Ah! Süd-Ost! Am besten nicht ist das! Okay! Alles klar! Also ich hab' den... Schädel! Den Fessungsschädel! Ja, ja! Kommst du zur Nixe geschwommen? Ja, ich schwimm' grad zur Nixe! Links ist noch... Links steht ein Schiff vor Anker! Rechts sind wieder zwei Segler! Jo! Gute Nachtgeschichte! Haha! Witzig! So! Du musst aber bei der Nixe bleiben, ne? Ansonsten verlieren wir nachher... Die Nixe! Scheiße! Ich bin recht gut, Alter! Das ist ne Banane! Ja, wenn mich der Hai angreift, Alter! Soll ich wieder zurückschwimmen? Weil ich hab' noch was voll! Du hast doch noch volle Munition, ne? Ne, zwar schon! So, aber ich bin auf'n Weg, Jungs! Gibt... Gibt die Koffer für mich! Oder was du? Ne, ich kann ja! Ich schwimm' ja! Das ist ja nicht das Problem! Ach so! Uuuuuh! Muss ich ehrlich gestehen! Ja, definitiv! Geht gar nicht, ey! Oh, ich bin gleich da! Weg jetzt vor'n willst! Das ist doch ganz klar! Ne, ich bin schon auf der Insel, ne? Ne, ne! Die Festungsschäde verkauft! Uuuuuh! Ja, du bist jetzt schon aufeinander aufgerust! Ja, du musst gleich kommen, die Einländer! Ey, da, was ist denn das mysteriöse Gefriß? Oh, Gütegrat! Jäger der Fortschäde! Hallo, hi! Seelenorden, Ansehenderhut! So, du kannst wegschwimmen! Ich bin da! Oh, ich hab' mir zwei Haie da gelassen! Habt ihr den gesamten Mut bei euch, oder was? Na ja! Deswegen warten wir ja hier auf dich im Wasser! Ach so! Mein Seelenorden-Bus! Das müsste jetzt die Planung aus Ort groß sein! Au! Schieß deine letzten Dimensionskugeln auf den Hai! Ich seh' gar nichts von der Nixe, Alter! Das Problem ist, ist ein 3! Ja, hab' ich gesehen! Und der Geist ist doppelt, da hab' ich bin tot! Hab' ich gesehen! Er hat zwar gebissen, und zwar den Schuss rein, aber... Ne, ich bin... Hä, wo bin ich denn? Ne, ich bin noch weiß nicht! Es sind vier! Hier mittlerweile, aber okay! Oh, ne, ich bin auf! Ja, jetzt kommen wir! Ja, hoffen wir mal, dass der Mut noch da ist! Aber das Teuerste haben wir verkauft bekommen! Ja, gut! Ist er tot, oder was? Ja! Ja! Beide? Ja, die sind auch ein paar! Die machen, glaub' ich grad Dings! Ne! Vielleicht noch mal die Emotes! Hab's vergessen! Naja, komm das! Äh, mit Ypsilon! Ypsilon! Glaub' ich! So, da seid ihr wieder! Ja! Ne, das ist aber echt nicht zu fassen, ne? Äh... Gute Nacht! Wir schauen mal auf die Karte! Da spielst du seit langem mal wieder in dein Sohn! Ne! Ja, und da kriegst du so'n krassen Mut! Und dann hier direkt das Piratenschiff! Was? Ja, ne! Ich hab' die Karte gezoomt! Na ja! Naja! Naja! Oh, ob wir das rechtzeitig schaffen! Ich glaub' es da ist er gut weg! Naja! Aber wir sind auf Kurs, ne? Ja! Ja! Ja, was heißt auf Kurs, ne? Halt die Ewigkeiten weg! Hab' ne Krake! Oh Mann! Lied! 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 Also muss es ja an dir geliehen! Nein! Nein! Jedes Mal ey! Vor uns Piratenschiff! Was? Direkt vor uns! Ist hier gar nix! Jaaaah! Direkt vor uns! Wieso? Ey, weiß ich! Wir können sie uns holen! Wollen wir uns holen? Wir gehen uns hier holen, oder? Ja, komm! Machen wir! Oh ja! Auf geht's! Okay, hier die D! Ja! Es geht rüber, macht das alleine! Äh... Wird nicht was! Ja, von mir aus! Gute Idee! Steuernbord, also ein bisschen nach links? Nea! Nix! Links! 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 exceptions! Rechts! Da kannst du ja, wenn du mit Tapp, wenn du dann aufs Menü gehst, dann siehst du das aus. Genau, was? Anker und tanzen. Wat? Ich geh noch gar nicht. Wie wähl ich denn meine Kugel dann aus? Du, Captain, wir brauchen Befehle hier, damit du kannst... Wat? Ich seh nix. Äh. Wat? Warte mal. Wir fangen gerade zu, wa? Hä? Haben die jetzt gedreht? Wie geht das denn so schnell? Ja, sie drehen. Nach rechts. Die werden sich wundern, Alter. Ey, die heizen jetzt ordentlich ein. Ja, die werden jetzt nämlich von der Regenbogenflur angegriffen. Von der Regenbogenflur? Ja, guck mal nach oben. Wat? Oh. Seitdem gibt's nie die Flaggen. Seitdem hier drei Schwuchteln am Bord sind. Oh, nee, ey. Drei Schwuchteln und ne Pullapel rum. Du hast dir doch genau für den Moment gekauft, ey. Das hieß sogar. Achtung, Achtung, Achtung. Was denn? Ach, da sind sie, jo. Ich dreh ein Bein nach links, ne? Ich würde die jetzt total nicht rammen. Nein, nein. Ich dreh links. Und dann ankern. Und dann hauen wir die dicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ankern, ankern. Ankern! Boah, Gott. Okay, ein drehen, ein drehen, damit wir ne scharfe Hütte. Ein drehen da links. Jo. Hat er. Sauber. Ach. Nein. Hey, einer war's runter. Der Schaden hat das hier. Ja, du bist schon dabei. Irgendwann auf die Unterwelt. Dann bringen wir einen Kanonkuchen, wenn wir das durchwechseln. Also, dass wir mal die Löcher hier fliegen. Das ist wirklich viel. Oh, die Jungs sind so süß. Was, brauchst du Hilfe? Ja. Wir laufen voll. Äh, wie die Wachbund ist, dass man diese Dingszugel nutzt. Äh, gar nicht. Jetzt erstmal. Achso, wir müssen ankern, ne? Warte, ich mach was kurz. Schon wir ankern. Ja. Oh, die fahrt weiter. Nein. Ankei auch. Ja. Ich drehe ein. Ich war nicht. Wie ist mit dem Next? Ja. Ich bin oben. Müssen wir mal frei machen. Du fährst der Herr. Wie kümmert uns rum? Keine Löcher. Fliehen. Kanonkugel aufladen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, Kanonkugel aufgeladen. Segel drehen. Also, die Kanonkugel benutzt, in die du tappen machst. Sie werden in die Hand drinst. Und der nachlädst. Okay. So, wir sind jetzt auf. Ich hab hier so einen Wind aus den Segeln. Das können wir ganz süß sein. Ja, ha. Ja. So. Ja. Oh, oh, die rammen uns. Die rammen uns. Ich dreh bei. Ich dreh bei. Hast du? Jetzt, komm. Nein. Das war noch eine Tatskugel zu testen. Okay, Anker. Oh, oh, oh. Nein, er hat die Ankerkugel gemacht. Fuck. Ich hab hier den Wind aus den Segeln genommen. Ach so, dann können wir... Ah, ich dreh. Ich dreh schon. Ich dreh schon. Ich dreh viel Fahrt. Oh, man. Das hättest du vorher so eingeschwissen. Ja, echt. Weiter ein, dreh. Mann, Mann, Mann. Ja, ich hab volle Pulle eingeschlagen. Oh, Gott. Lauf. Kärfer, ich geh runter. Okay, kurz weg. Oh, Mann, 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 Mann. Nee, achte nicht mit oben. Scheiße. Oh, oh, die drehn bei, die drehn bei. Oh, Mann, Mann. Sauber. Oder? Nein. Oh, oh, die rammeln, die rammeln, die rammeln. Nein. Das ist mein Kampf. Komm dran hier. Nein, ich bin runter. Nein. Der ist zu schnell. Der Schiff ist zu schnell, verdammt. Jungs, ich bin auf Bord. Ich bin auch auf Bord. Yes. Los geht's. Weil wir vielleicht die Drehung zu runter machen, wenn wir den wilder Wendekreis haben müssen. Ich bin jetzt alleine auf dem Schiff, ne? Schmeiß da fand Anker, Mann. Da muss ich Anker werden. Wir müssen Anker hier werden. Also du... Warte. Warte. Wo ist dieser verkackte Anker? Da ist er im Schiffen. Da vorne. Da vorne. Da steht er. Los, weiter. Komm, weiter. Mach Anker. Ne, unten schießt so einer. Oder zwei. Oh, Hilfe. Alter, hast du nie los. Oh, okay. Okay, 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 okay. Kann ich nicht? Das kann ich auch nicht. Hab ich auch gefragt, mich. Lohne, wir waren nicht. Ja, ja, ich fahr... Ich hab gerade gesehen. Ey, es sieht aus wie auf der Black Pearl hier, ey. Ist hier Bananen von unserem Bord? Haben Sie mich nicht gesehen? Ey, die spawnen nicht mal wieder hier. Komm in die Kabine. Komm in die Kabine. Komm in die Kabine. Du verteidigst. Ey, der war so ein Wieser für Drehrabius. Vielleicht tot. Vielleicht auch untergebracht. Nein, geht nicht. Wo bist du? Im Unterdeck. Ach so, bist du ein Barat? Ich bin tot. Nein! Mann. Die drehen ja gefühlt auf der Stelle. Kann sein. Äh, was kommt noch für Spiele heute? Ähm, ja, Station jetzt kommt noch. Und vielleicht noch ein runder Hausflipper. Heute früh. Wollen wir mal gucken. Aber um 10 geht's los mit Station jetzt. Und dann schauen wir mal. Okay, sie fallen jetzt hinter mir her. Okay. Oh, Jungs, ich bin gleich tot, Alter. Na, ich bin... Ich bin schon tot. Alter, haben die eine Fahrt drauf? Ja, die haben ja hier die Megasäge. Ja, die müssen die einfach downkriegen. Sobald wir die Skelette ein paar Mal destilliert haben, kommt der Käpt'n. Und den müssen wir dann nur fertig machen. Ja, ja, da ist das unser Schiff. So, wo sind die? Ach, da. Warte, haben wir noch Kanonkugeln? Ja, da ist das ein Anker. Was? Das ist ein Anker. Das ist ein Anker. Ja. So, Anker wieder um. Was? Ich denke schon mal ein. Jo. Keine Kanonkugeln mehr. Fahr links und rechts rum um die Insel. Ja, hab ich vor. Ja, die fallen auch vorbei. Was? Segel? Ja, das andere Segel ist da, aber der Gegenwind. Ich glaube, wir müssen dann mal ein bisschen Spaß machen. Ja, Kugel, Fessel über Bord, linke Seite. Wenn du nichts mehr tust, rein springen und rausholen. Ich hab' toll. Ich geh' auch, Chico, dein Schiff. Alter, Junge, wir haben Locht, Alter. Was? Ja, ihr könnt ja nicht vom Boot springen, wenn die schießen. Achso, ey, Jull, was machst du denn hier? Wir haben kein Locht, Schiff. Was machst du denn hier? Ja, danach hatten wir halt so ein Feuer, wenn wir das eins. Oh, ganz viele, äh... Ja, Junge, ich muss jetzt runter und nicht gleich euch stumpfen. Happy Birthday, Alter. Ja, läuft. Ja, ist richtig, Lumpf, Alter. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ein Ankerproblem. Echt? Äh, nicht ein Ankerproblem. Ich glaube, du singst, ne? Ja, wir ankern gleich mit dem Rumpf. Scheiße. Ja, ist echt ein cooler Spiel, ja? Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich schwimm schon, so schnell ich kann, Mann. Ihr sollt die Nixe nehmen, Alter, nicht schwimmen. Wo ist denn die Nixe hier? Das ist keine Nixe. Jetzt sind ich das Wort, dafür dass wir schießen können. Ja, wir schwimmen woanders hin. Guck mal, hier sind so ein paar Leute mit so einem Wunderboot, Alter. Guten Tag. Bleib. Wie scharf uns, wer ist das? Äh, mitfahren. Wie viel mitfahren, Jungs? Mitfahren. Wir kommen ohnehin da rein. Ja, guck mal, hier. Jungs. Jungs. Ich brauch heute. Ja, ich fahrgartiert hier. Ich fahrgartiert. Mit so einem Wunderboot. Ja, wirklich. Voll gut, Alter. Guck mal hier. Da ist er. Moin. So. Alle Jungs, die zwei, dass du gehst, könnt ihr nicht da bleiben. Ja, warte doch. Ich bin doch gleich da. Die fahr mich doch dahin. Dankeschön, Jungs. Jo, war schön mit euch. So. Ich bin echt mit dem Wunderboot hingefahren, Mann. Ich bin mit dem Wunderboot hingefahren. Ich bin doch schon hier. Nein, ich mein nie. Wunderboot, doch, doch, doch. Oh, die helfen. Die helfen, sehr geil. Wo ist das Wunderboot her? Nein. Keine Ahnung, wer es ist. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich bin doch auf dem Anker. Keine Ahnung, wer es ist. Warte. Ich mach mal eine Lecker zu. Ich bin doch wieder da. Die helfen uns auf jeden Fall, Alter. Ja, die wollen den Erfolg haben. Ach so. Ich weiß nicht, die killen uns danach. Ach so. Ja, das ist doch egal. Wir sind nur auf Brasserhaus. Ja. Ich muss, ähm. Das ist ein Wunderboot, ja? Verdammte Axt, Alter. Ach so, da ist ein Loch. Loch, 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 loch. Die sind auf jeden Fall komisch aus, die Leute. Ach so. Oh, Treffer. Wo? Den mal Luft aus den Segeln, bitte. Luft aus den Segeln, ja. Die müssen uns einholen, damit wir sie schießen können. Ach so. Dann bleiben die die ganze Zeit hinter uns. So. Vorbereiche Segel halb oben. Ja, okay. Die fahren langsamer. Ich wende. Ich habe auch noch ganz viele Kugeln. Wo sind die? Ach, da hinter uns. Okay. Na mal Segel weiter hoch. Das Vorder-, ey, das Hintere. Das Hintere? Hoch? Und dann beide nach links. Beides nach links, okay. Links, 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 links. Oh, ein Stückchen hoch, ja? Ja. Warte. Komplett nach links, ja? Ja. Die müssen aber aus dem Wind. Okay, Kanonkugel, linke Seite, wie seid ihr schon? Er kommt. Linke Seite, Kanonkugel. Ja, warte. So. Ich wende. Oh, sie tauchen ab. Oh, sie tauchen ab. Wo sie ziehen? Andere Seite. Freund oder Feind. Ah, fuck. Wo waren wir es nochmal? Freund oder Feind? Äh. Okay. Warte mal, ich glaube, es war T. T war das. Der T war Schreiben. T war Schreiben, ja. Der Sound geht nicht. Der Sound geht nicht, oh Gott. Ja, aber sorry, musst du schnell gehen. Ja, alles gut. Wo sind die jetzt hin? Die sind abgetaucht. Nee, die sind hier. Wo ist das Schiff hin, Mann? Ja, das meinte ich doch, das ist gerade abgetaucht. Ah, Mist, ey. Ah, Mist, ey. Ah, fuck, Mann, Alter. So. Ah. Cool shop. Ah, schön Mucke hier. Ja, wenn die will. Da muss nicht immer gleich vom Schlechtesten ausgehen können. Auch wir zu sein. Nee, ist richtig. Das stimmt. Wir machen ein bisschen Musik zusammen, würde ich sagen. Schiff hin. Schiff hin. Nein. Vielleicht mal wieder die Megadrono. Ja, guck mal hier. Echt cool shop, Alter. Ja, es ist dann wieder... Ehrlich, es hört sich so an als ob wir noch ein Loch im Prägmenten. Meinst du? Ja, weil das Wasser ganz schön hoch ist. Nö, alles gut hier oben. Das ist das Schiff. Okay. Ich brauch's nicht vom Nagen, Alter. Ist echt nicht. Da hättest du auch in der Karte. Habt ihr nachgeladen? Hast du die Kanonen? Ja. Die können sie jetzt hinterrücks am Norden. Ja. Ach, Tico. Könnten wir. Dann können wir uns das vorne mit holen. Ach komm, wieder cool, Alter. Ich weiß noch nicht, wo die das Ruderboot her hatten. Wo es gerade das Ruderboot gibt, ey. Das liegt eigentlich ab und zu mal an den Stränden rum und sowas. Ah, okay. Und dann können wir das einfach mitnehmen? Ja. Ist geil. Geil. Schütz halt zu denen. Oh Mann. Wollen wir den nächsten Mut machen, oder was? Ja, was wollen wir sonst machen, ne? Also ich hab noch ne Rechnung aufgenommen bekommen. Schiff, ich bin gemeint. Ich scheine jetzt zu kommen, wenn man Shit sagt. Ey, wie schon, ne? Brauchst du mehr Segel, oder was? Ne, ich hab gerade, wo der Todenkopf drin ist. Der ist geradeaus. Der ist genau vor uns. Hä? Der ist genau vor uns, aber stehen ein paar Clippen, aber ich kann nicht sehen, ob da noch eine Insel ist, oder sowas. Ja, schau mal auf der Karte. Alter, ich glaub da ist ne Insel direkt vor uns. Ja, ja. Wo sind wir denn? Auf dem Clippen. Wir sind... Ne, da vor uns war dann nur das Auge des Sturms. Ja, ja. Ne, der Todenkopf ist doch direkt vor uns, oder nicht? Der ist doch riesengroß schon. Was ist denn da für eine Insel? Truck Master ist da vor uns. Isle of Last Birds. Die Sankenburg. Äh, schau mal was in der Nähe für Festungen sind. Festungen? Ja, da vorne ist der Tete. Rico, siehst du ihn wieder? Ja, ich sehe ihn schon die ganze Zeit. Ah ja. Ich bin ein paar über die Felden. Ah ja, dass wir da zwischen den Felsen durchfahren. Da sind die anderen beiden. Ich weiß nicht. Äh. Ein bisschen weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Guck mal, da ist ein Peller. Ja, die können sich auch weg sporen, ne? Ja, ja. Ich sehe sie auf dem Fall nicht. Ne. Ich bin ja da. Oh, ich muss ein bisschen Wasser hier abkippen. Direkt ins Umwetter siehts aus, ja. Alter. Also, wir müssen auf jeden Fall mal den Sohn auflegen, oder? Oder wir besenken das Schiff. Chico, fahr mal ein Stückchen weiter. Entweder links. Oder? Ja, sonst Felsen. Felsenheit, Stress. Felsenheit, Stress. Äh, Fässer hier. Geradeaus. Ich bin voll. Mach dich leer. Ja. So, jetzt einfach so bleiben. Das passt. Ah, cool. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Äh. Ja. Äh. Isle of last words. Ist nicht unser Ziel. Da hätten wir uns noch einen Stück voraus. Aber man sieht schon hier so, wo wir hin wollen. Es wird geklappt werden sonst. Ah, der passt locker. Ja, hör mal. Oh, oh, oh. Es war's. Es ist weg. Wie viele Munition haben wir? Äh. Ich habe, äh, acht Kugeln. Reicht das mit dem Schiff zu Kapern? Stimmt. Uns sind alle... Dementsprechend gesetzt. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dann kommen die Piraten. Und das ist nicht der Heil wieder. Stimmt. Um die Gewinner mal abzukassieren. Also die uns älter schiffen. Das ist ja gar nichts. Äh, Chico. Links. Ich stresse mal nicht rum, ne? Ist kein Schiff. Das ist ja nicht meine Festung hier. Ja. Ja. Nee, die sind gerade auch voll zu. Guck noch, weil der Knotkopf ist irgendwie. Ist das die Insel da vorne, die Festung? Seht ihr da hin? Ja. Das ist kein Schiff. Hab gerade ganz gesehen. Also nur Türme... Ich geh mal hoch. Ich geh mal ins, äh... Kleines. Fest. Lolo, kannst du mal in die Segel drehen? Jo, mal recht. Ein Stück nach links, damit wir wieder im Wind sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Ist das dann, geht's? Ja. Ist hinter der Festung dann noch ne, noch ne Borg zufällig? Also noch eine? Nee. Oder? Wir schauen mal nach. Oh, ich glaub nicht. Nein. Ist nicht. Wir fahren jetzt auf Shark Fine Camp zu, dahinter ist nichts mehr. Nein. Da ist noch Mau... Was ist das für ein Geräusch? Marauders Arsch. Und... Blacksand Atoll. Der ist ein Arsch? Der ist ein Arsch. Der ist ein Arsch, ne? Na, also... Ohne... 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 Ohne jetzt. Ohne Arsch. Ohne Arsch. Ohne Arsch. Du schießt die Kugel raus, Junge. Ich mach schon. Jetzt mach ich. Ja, was denn jetzt? Ja, warte ich. Soll ich ausrichten? Ja. Hui. Bist du mit oder? Bei der Insel erstmal... Da hab ich gemäht. Warte. Rechte Seite ist der sauber. Der kommt dann nach, ob die Tür offen ist. Beziehungsweise ob noch ein Schatz und Boden drin ist. Das kannst du oben durch den Turm und durch den... durch den Holzboden so ein bisschen. Ja. Da fliegt er... Oh, cool. Genau gelandet. Geile Scheiße. Ah, das ist die. Ah, das ist die. Gegebenenfalls irgendwo einen seht, der sich da drauf bewegt. Oder so. Kein Schatz drinnen. Nee. Ah. Nee. Wenn es despawned. Wenn es despawned. Gut, machen wir den Fässer voll, würde ich sagen. Wollte ich gerade sagen. Mach mal alles voll. Ich fahr schon mal weiter weg, damit wir... die nächste haben. Da brauche ich nicht ankern. Ja, stimmt. Ich glaube, ich bin auch gefährlich hier zu ankern. Oh, ich habe eine komische Kugel hier mit Säge. Sehr gut. Äh. Das ist jetzt los hier. Oder? Hä? Ah! Wir schießen hier. Hast du das? Ja, das war ich. Ach. Alter. Ach, die nächste ist da. Ich weiß ja schon berufen. Ähm, Jungs? Ja? Ich werde das Schiff mal gegen die Wand setzen, ne? Ja, mach mal. Aber die Tür ist offen. Äh, wie was? Ja, das Tor ist offen. Also hier wurde gelootet. Waren wir nicht? Waren wir hier nicht vorhin? Kann es sein, dass das unser Kopf war? Nee. Nee, andere Insel, vergiss es. Nee, saß trotzdem auf hier alles. Aber wenn die auf ist, dann war da auf jeden Fall einer da. Also setze ich das Schiff jetzt erstmal gegen die Wand, damit wir ein paar mehr Kanonfugeln haben, ja? Mach das. Bitte. Okay. Hm. Dein erbvoller Tod. Er ist ein Salutschuss. Und eine Quetschkommode. Hahaha. Ah, geil. Klassiker. Die müssen nicht nur so gewesen sein, Alter. Schon gucken. Weil die wurden auch von dem Ding... Ah, bist du das da hinten? Komm doch an, wie tief bin ich im Wasser? Äh, du siehst ein Schiff. Ich sehe kein Schiff auf dem Zugang. Das bin ich ich. Okay. Wollen wir es abschließen, Judo? Die überhaupt können wir machen. Also ich gehe gerade unter. Welche Seite? Äh... Zwischen den Felsen. Ich gehe auf den Kanonenturm oben. Auf dem äußeren. Ach, da hinten der Schiff. Machen wir erstmal platt jetzt. Das ist aber Chico, der gerade absäuft. Das ist nicht Chico, oder? Also ich saub gerade ab, aber ich sehe euch nicht. Kann ich schon sagen. Das fährt... Das Schiff da hinten fährt aber weg. Ach, das fährt weg. Okay, ja gut. Ach, das ist Chico, der absäuft. Ach schön. Ich fahr auf den Felsen zu. Ich fahr auf den Felsen zu. Ja, ja, das ist Chico. Warte. Neug Signal. Seht ihr was? Ne. Was für Leuchtsignal? Was für Leuchtsignal? Hä? Ich habe eine Kanonkugel geschossen. Ne, dafür bist du zu weit weg. Ne. Bist du da am linken Turm? Ich bin am linken Turm, ja. Und? Habe ich einen getroffen? Ja. Nein, hast du nicht. Den Schuss hat man jetzt wieder gehört. Naja, das ist manchmal echt komisch. Alter, ehrlich, da willst du mal absaufen, dann brauchst du eine halbe Ewigkeit, ne? Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Meine Crew, äh, Schiff versenken. Ja. Für ja, stimmt. Mach mal. Mach mal. Oh, jetzt geht's unter. Das ging ja fix. Ja gut, wenn du das direkt versenkst, glaube ich, dann geht's wirklich schneller. Ne, ne, also das war jetzt mal kaputt. Wir hätten dir vielleicht so, äh, so fast mitgeben, so finde ich. Ach so, ja. Ja, sehr gut. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Hallo Nixel. Die Nixel. Die Nixel. Ah, das ist die Nixel. Lass das schwimmen. Ohja. Wiedergabezeit. Läuft. Hallo. 218 Stunden, Alter. Perwärts. Oh Mann. So, weiter geht's. Ey, ehrlich, das Piratenschiff, beziehungsweise diesen scheiß Hai, möchte ich heute noch haben, ne? Ja, wie lange sollen wir da zocken, Alter? Bist mir eine halbe Ewigkeit. Naja, gut. Dann gucken wir mal. So. Dann machen wir halt 48 Stunden. Das ist doch wohl ein Klacks für uns. Ja, kriegen wir hin. Du bist ja auch Schlägerzeit dabei, ne? Ja. Ich glaube, ich mache mir ja eine Pizza oder so, weil die haben Hunger. Alter. So, kommst du hin mit dem Schiff, oder? Krasses Ding, ja? Ich gucke mir gerade hier so einen Typ in einer Taverne an. Der erzählt mir, das ist hier die Story, ne? Und der verkauft richtig ein geiles Schiff, Alter. Also so. Das sieht aus wie, wie, wie Flying Dutchman aus Fluch der Karibik. So alles so ein bisschen bewachsen und so, ne? Ja, das ist ja doch das Schiff, das Priatenschiff sah doch genauso aus. Naja, aber das ist jetzt hier ein eigenes Schiff und das hat richtig geile Kanonen. Ah, okay. Musst du viele dieser Punkte sammeln. Ach so. Mal gucken, wie man die Punkte kriegt. Wo kommt da der Nebel her? Ja. Oh ja. Das, das ist mal eine Warnung, ne? Ja, wenn der Nebel aufkommt, dann kommen die Skelettboote und dieser verkackte Hai und greift alle anderen an. Schön. Danke. 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 Hätten wir vorher gebraucht, die Info. Pizza. Genau, lecker, lecker. Ähm. User in your channel was kicked from the server. Wir sind jetzt gekickt? Hä? Den hast du gekickt? Chico? Ich hab keinen gekickt. Hä? Du hast ja, hä, wieso ist die Jolo weg? Ne, ne, die Timex, äh, der ist, äh, time-mäßig rausgekickt. Wieso, war zu lange drin, oder was? Der wurde aber schon mal gekickt, um zwei Uhr. Ich weiß, das hab ich ja auch noch gekriegt, ja. Aber keine Ahnung, ich hab das eigentlich gar nicht drin, ne? Komisch, komisch. Bist du noch im Spiel? Was? Ich bin im Spiel, ja. Ach, du mein Jolo. Ne, ich seh den nicht, ne? Nicht, dass der Server gesetzt hat, oder, äh, hier. Ach so, jetzt meinst du, ja. Warte mal, ich zieh uns mal kurz in den Live- Ach, mach, 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 mach. Hier kommt er auch rein. Ach so. Dann kann man nicht rein, deswegen. Ach so. Dass du gleich wiederkommst. So, 14 Stunden. Yeah. Äh, noch 10 Stunden, na, nicht ganz, noch 10 Stunden. Also, 5 Uhr 11. Bin gleich schon wieder hell da draußen. Auch geil. Pup. Ne, ich werde dann hier die, äh, den Livestream verarbeitet, Dinge sowieso nicht mehr. Äh, ich glaube, ihr ab 12 Stunden macht, glaube ich, äh, YouTube dicht. Dann, ich lade ja alles schön hoch hier. Dann, dann mache ich das in verschiedene Teile von den Spielen, weißt du, lade ich dann dementsprechend hoch. Das ist gar nicht verkehrt. Also hier kannst du dir was Gutes ausschneiden lassen. Ja, definitiv, also auch hier mit, äh, hier, die Schlacht um, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas. Ja, das habe ich schon ein. Wie so, wie groß ist denn das hier bisher? Nehmt ihr auch mal auf. Äh, stoppen. Hier, das passt soweit. Soll ich Jodo mal anschreiben? Ich schreibe dir mal an, was mit dem Schreis hier. Ich schreibe dir mal an, ja. Erstmal gucke ich nach, ob er überhaupt noch im Spielen ist. Meine Crew, Jodo, der ist halt da. Okay, komisch. Der hat gesagt, der ist kurz weg, hat er, glaube ich, gesagt, oder? Ja. Ich weiß noch nicht. Irgendwie so was. Unsere aufmerksamen Zuschauer müssen das ja wissen. Was hat Jodo dazu jetzt gesagt? Genau. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen. Was du gewinnst, nichts. Nichts. Außer Ruhm, Ehre und Gloria. Ja, also wie immer. So. Ich glaube, ich bin so viel Platz hier drin. Warte mal, jetzt habe ich noch belegte Speicher. 15. Ah, da ist er doch wieder. Guten Tag. Ich wollte dich gerade anschreiben, was Sache ist, weil du auf einmal weg warst. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin kurz zur AfD. Warum bist du geflogen? Ja. Weil, keine Ahnung. Hier schließlich so sagte, tschau. Ja, aber normalerweise wird hier keiner ausgeschmissen, aber ist ja egal. Nee, egal. Ja, keine Ahnung, irgendwie verbunden ist. Kommst du jetzt wieder hin, Chico, oder? Wohin? Also ich würde sagen, es geht schneller, wenn ihr die nächste nimmt. Na gut, dann nehmen wir die nächste. Also nebenbei gesagt. Ist mir überhaupt nicht. Also ich fühl gerade die Vorrede. Ach, da vorne, ja. So. Und einmal zurück. Alter. Da ist er kriegt einen breiten Arsch, ey. Oh, nein. Noch breiter, das geht. Aha. Ach, ich habe vier Musikkugeln, Alter. Ich bin so der Held. Boah, der Held vom Erdbeerfeld. Von der Tanzfläche, Musikkugel, hallo? Nein. Seitdem du 24 Stunden streamst, bist du ganz schön unerträglich irgendwie. Wäre ich? Komisch, ne? Verdammt. Total gereizt. Total gereizt. Verstehe ich gar nicht. Da ist ihm ja so gekuscheln, ne? Wie sonst, ne? Ja, das ist echt traurig. Ja. Machst mir irgendwie Angst. Boah, schnüge. So, dass das Schiff da ist. Alter, was habe ich hierher gefunden? Oh, ein bisschen gehalten. Ich hatte vorhin auch noch Flaschenpost gekriegt. Oh, hier soll's. Ich hab mal kurz abgehen. Ich mach mal die von unten raus hier. Und packen die nochmal nach oben, mach. Ich würde sagen. Das ist gut, was wir hier haben. Und Beute. Ja, guck mal was. Schöner wäre gewesen, wenn wir die Beute. Das war so eine Mute, oder? Ja, Mann. Ey, das ärger mich auch ein bisschen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das war richtig ordentlich stuff, ja? Es kann doch nicht sein, dass die Scheiße dann urplötzlich beides kommt, weißt du? Ja, weil die ganz Karte, wir haben es doch erzählt. Ja, es hätte echt nur noch der Kraken gefehlt. Echt nur noch. Der war gerade im Urlaub, der konnte nicht. Ja, ja, das sagten die sich auch. Ne, ja. Komm, die zwei reichen. Den Kraken, den tun wir nicht auch noch an. Ne. Aber pass auf, weißt du? Hätten wir dann irgendwie eins von den beiden Dingern kaputt gemacht. Wären vorbeigefallen, dann wäre definitiv der Kraken gekommen. Ja. Also mit einer Kanonenkugel noch auf Lager, Alter. Hätten wir das sehen. Ja, das hätten wir so oder so niemals geschafft, Alter. Ich meine, bei einem bist du ja schon hart dabei, ne? Und der Heide ist dann noch schlimmer als das Piratenschiff, finde ich. Das stimmt, ja. Alter, geil. Was denn? Humpelkugel. Okay. Warum weißt du das? Was? Warum weißt du, dass ich die Humpelkugel gefunden habe? Weil ich es nachgelesen habe. Wo? Weil ich eine gefunden habe. Ach so. Ich habe nämlich auch eine gefunden. Ich habe zwei Humpelkugeln und eine Musik, also Tanzkugel. Ich habe auch noch so komische, sexy hier, Segelstreifen, Blas. Ah ja, die ist ganz cool. Wir bleiben stehen. Also schmeiß ich nur alles ein. Solltest du aber nächstes Mal sagen, wenn du die abfeuerst. Ja, eben, weil der war so ein bisschen. Das war ein bisschen blöd. Ah, egal. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Oh, Kranenkugeln. Hinten auf dem Steg warst du? Ja. Da ist nichts, ja? Ja. Ach, da hinten meinst du? Nee, da ist auch gar keine Kiste mehr. Nee, also hinten gerade durch meine ich. Nee, da ist nichts mehr. Also, ich guck mal hier oben. Haben wir da mal irgendwas? Nee. Diese noch Bretter, die kann ich nicht mehr nehmen. Oh, sieht gut aus. Ich glaube, hier ist geplündert. Ich habe mal hier einfach die Taverne genommen. Da war ein Junge-Fass drin. Nudel-Fass? Ja. Nee, da war auch ein Fass, sag ich. Da sind noch ein paar Kugeln. Noch mal 10. So. Wie viele Kugeln haben wir jetzt? Boah, einige. Könnten mehr sein, ne? Ja, gut. Mehr geht immer. Mehr geht immer. Naja. Ach, du räumst die ganze Zeit oben nach oben, oder was? Ach, die Kanonkugeln sind jetzt alle oben. Hä? So. Wo haben die Lager für Kanonkugeln? Vorne links. Ah, jo. Alles gut. Alter, wer denn hier diese hässliche Quest ange... Achso, das war eine Flaschenpost, ne? Ja. Ja. Ich habe auch noch hier so eine komische Flaschenpost. Ja. Zwei... Ach, oder drei Stück sogar. Alter, Jungs! Was denn? Ich sehe das Piratenschöpfe auf der Karte. Wo? Was? Nicht weit weg. Oh nein. Da. Da. Ja, da. Vor allem da, sagst du. Siehst du lustig? Wo denn? Bist du nicht in meiner Nähe? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja! Und am Kartenraum. Achso, warte. Jo, da ist es. Ja? Easy. Du bist überhaupt nicht weit weg. Nein. Nein, Alter, kommen wir doch hin. 80 Kanonkugeln, das sollte doch lang. Das Ding ist angeditcht, Alter. Außerdem wissen sie jetzt, mit wem sie es zu tun haben. Ja, ja. Ja, die sind unvorbereitet. Sie wissen, sie sind keine Gegner. Komm, Südwest. Wollen wir? Ja, komm, Kurs. Ich mach Anker. Ich setz Segel. Ich mach Anker? Ja, okay. Ich setz Segel. Oh, cool. Eine Schlafkugel. Passt heute. Ich sehe schon, komm, ich geh an Bord, nur ich schieß das Ding und ich penne, Alter. Alle weg. So, Südwesten müssen wir. Oh, das ist wirklich schade. Oh, das muss ich einfach nur geradeaus fahren. Halt. Wartet auf mich. Nö. Zu spät. Scheiße. Nimm den Zug. Äh, ich sehe nichts. Ja. Verdammt. Äh. Verdammt. Rollo, bring mal Brenner mit. Was soll ich schon sagen? Ich jetzt sag so, ich sehe nichts. Ich weiß noch gar nicht. Läuft bei uns. Hahaha. Äh. Äh. Oh, Mann. Weißt du, Hauptrainer von der Kante, weg von mir, aber dann ist er so viel weg. Prä-Verteten setzen. Ja. Sind wir auf Kurs? Ja. Da blinkt irgendwas Blaues in mir, glaube ich. Nee. Doch nicht. Man konnte gerade sagen, ich habe ein Heimwasser gesehen. Äh. Das ist eigentlich für die Insel, ja? Ach, Julio, du auch hier. Oh. Sie fahren direkt auf uns zu. Echt? Nice. Mach die Spezialdinger drauf. Ja, das dauert noch eine Weile, bis sie da sind. Ja. Also, wir könnten natürlich auch den Nebel fahren, ne? Nein. Ja, ich meine, das ist ja die Quest. Also, das ist ja die Event. Das ist ja direkt. Scheiße, es ist weg. Echt? Abgetaucht? Abgetaucht. Ja, dann fahr weiter geradeaus. Wir haben eine Quest hier vorne, gleich auf der Insel. Genau so, wie du bist. Einfach weiter geradeaus. Ja, mach das. Ach, bist du da am Kartenlicht? Ja. Okay, die fahr da rum. Drei Schätze sind da. Oh, das ist, äh. Ach, wie der mit Rätsel aus? Nee, das ist Ship Bay oder sowas hier. Achso, okay. Also, diese Wrack. Ja, das ist sie. Ich hasse diese Enkel. Die lässt sich so geschissen befahren. Das stimmt, ja. Ich muss einmal rumfahren, oder? Ehrlich, auch zu dritt würde es sich eher empfehlen, das große Schiff zu fahren, ne? Eigentlich schon, ne? Weil du viel mehr Fläche oberhalb des Wassers hast und da dann gekommen wärst und dann weniger Wasser reingekriegt. Ja, aber die ist nicht so wendig, ne? Na gut. Mit Ankerprinzip ist das alles machbar. Ja, wie? Ja, wie? Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Sachen gewissen gehabt in den Schiffen, ne? Ja, ja. Also, im Nachteil waren. Das ist richtig. Das ist okay, ne? Man muss ja nur bedenken, wir sind jetzt ein paar Monate aus der Übung gewesen, ne? Ja, so ein paar. So, da vorne die Insel, da müssen wir hin. Ah. Und zwar, lass mich mal auf die Karte gucken. Hier, siehst du die X? Damit du weißt, wo du reinfahren musst? Hm. Ich glaub, mal drauf gucken, warte. Warte, ja, hier. Äh. Ja. Alles klar. Also genau in die Bucht. Okay. Geil, ne? Ja. Nice. Jetzt muss man gucken, das ist die Spitze, das heißt, du musst einmal rechts rum einkriegen. Ja, hier rein. Und oder zwischen. Nee, rechts rum. Rechts rum. Rechts rum. Ach so, ja, ja, ja. Nichts zwischen den Beinen, ne? Da hinten. Also ganz rechts rein, da. Ja. Hier rechts rein. Muss eigentlich schon wieder hin. Genau. Guck. Jetzt hier, ne? Genau. We'll crack it, babe. Wer ist es doch da vorne? Nee, hier vorne ist das Schiffpack. Ja, ist gut. Aber wir sollten mal langsam gleich... Oh, oh. Wir fahren ein bisschen langsam mal rein. Äh, vor uns ist auch Sandbank, glaub ich, ne? Kannst du, äh, kannst wenden. In die andere Richtung. Okay. Nein. Also rechts rum, ja? Nö, eigentlich meinte ich in die andere Richtung. Okay, wenn wir da rumkommen. Ja, ich hatte ausgerufen. Das drehst du gleich auf der Stelle. Was? Ach so. Sag jetzt, drehst du gleich auf der Stelle. Oh ja. Hey, da ist ein Totenkopf. Grün. Wollen wir hinfahren? Ach, ne, jetzt nicht. Komm jetzt, ist mal hier. Ehrlich? Also ich würde es machen. Das ist mehr Geld, als diese drei gamben Schatzkisten, die wahrscheinlich kacke ist. Wo ist denn der? Äh. Irgendwo. Äh, was ist denn jetzt los? Wir werden beschossen. Ach, komm mit Gas, komm scheiß drauf. Ich hoffe. Totenkopf. Totenkopf. Leute, wir hätten jetzt, welcher von euch, du reichen, hat jetzt das Segel gesetzt? Der Segel-Sitzer? Der ist ja nicht mehr in der Segel. Weißt gar nicht, was ihr habt, es kommt ja nicht mal Wasser rein, Alter. Ja, doch alles nicht. Ja, ja. Gehen wir jetzt hier wieder aus? Der dreht sich von alleine aus, oder? Ja, sollte er. Obwohl... Also, acht, dass wir die Segel erst mal einholen. Ja, nicht schlecht. Sonst stehe ich hier gar nicht. Jetzt wisst ihr, woher diese Insel ihren Namen hat? Ja. Shipwreck Bay. Nee, kann ich mir jetzt nicht erklären. Nee, ich auch nicht. Warte, auch hier rutscht wieder zurück. Ja, ich sag ja, sobald die Segel drin sind, macht ihr was von alleine. So, welchen bleibt ist denn das? Ähm. Wo ist denn... Wo ist denn ein Totenkopf? 3XO. Wir wollen das Totenkopf machen, Juli, oder? Was? Wir wollen einen Totenkopf machen. Es sollte doch zum Totenkopf. Natürlich, es ist mehr Beutel. Außerdem haben wir noch einen Rind und Ruhe mit so einem anderen Schiff, Alter. Was sowieso nicht mehr wieder erscheinen wird. Ja, das ist die beste Mannschaft, Brüder. Ja, hätten wir jetzt... Hätten wir noch einen Affen an Bord, oder einen Papagei, hätten wir einen richtig guten Käpt'n, Alter. Ich bin glücklich. So. So, können wir aber jetzt weiterwenden. Weiß nicht. Wir machen mal so. So. Wo ist denn jetzt hier in der Totenkopf? Ich seh den gar nicht. Hinter uns. Hinter uns. Also wir fahren jetzt hier einfach links rüber, ja? Einfach rum. So, ich fahren. Oder... Nee, 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 passt schon, passt schon. Passt schon, passt schon. Du wirst schon, dass wir nicht vorankommen, ne? Ja, wollen wir noch mit dem Arsch festhängen. Wir müssen erstmal hier rausdrehen. Los, komm schon. Ja, wir werden schon mal mit Segel drehen. Da erstmal volle Pulle, Alter, damit er uns hier rauszieht. So, Segel drehen. Volle Pulle, in die Richtung. Rechts einschlagen. So, wir haben Loch, oder? Nee. Oh, irgendwo P-Shirt ist sie. Ich weiß noch nicht, wo. Krambeer, mach ich. Ach, das ist der Kloch. Das ist aber ein Kackloch, Alter. Ja, aber du musst jetzt nur mit dem Tisch hier plaschen. Weißt du, jeder normale Handwerker würde den Tisch einfach gegen die Wand drücken, ein paar Nägel dran haben. Ja, holen und fertig, weißt du? Ja, wir nicht. Aber nein, wir sind in den Watten, Alter, die wir hier irgendwo aus dem Meer gefischt haben. So, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Da, da kommt es. Da, siehst du? Der scheint zu treffen. Ach, der trifft nicht, nein. Der scheint zu treffen. Alter. Auge. Den sollten wir engagieren. Ehrlich, da hätten wir es gerade ein Stück braucht. Auge. Nein. Genau, nimm den einen eigentlichen Mann. RLDS-Gut. Aus der Entfernung, in dem Winkel. Schiff. Schiff. Schaluppe oder was? Lins. Zwischenfell. Schaluppe. Kanon besetzen. Nein. So. Oh, nein, ist egal. Hey, was ist da hinten? Ein Schiff, Alter. Eine Gaglione oder was? Ein Dreimaster. Ist das jetzt Piratenschuss wieder? Nein. Wo, da hinten? Ja, links halt auch. Jo, ist egal, wo nicht. Die wollen alle hin. Das gibt es in Übel zu sehen. Ich dachte nur, der Herr. Bin ich auf Kurs oder was? Ja. Das gibt es jetzt in Übel zu sehen. Endlich. Kommt die Leute wieder alle ausgekackt. Ei, Pirate. Es ist ja morgens halb sechs. Die meisten stehen uns schon wieder auf. Wir wollen auch gar nicht schlafen. Was ist mit der Schaluppe? Die scheint uns zu kreuzen. Das ist mir doch scheißegal. Ja, dreh mal ein bisschen rechts ein, damit wir besser schießen können, gegebenenfalls. Ja, der war ein Muster da hinten. Der scheint nämlich ein bisschen langsamer zu werden. Der dreht ein. Der dreht ein. Der schießt, der schießt, der schießt. Ach, schießt er nicht. Der schießt er nicht. Der hängt am Steuer. Ja. Der fährt halt. Nee, der dreht ab. Der dreht ab, auf Richtung der Totenschäde. Wir sollten mal die Segeltregen drehen. Ja, dann sollten wir doch schon erstmal dran, bitte. Nö, 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 nö. War ein Schuss? Weiß ich nicht. Warte. Der schießt Fahne, Alter. Aber der hat schöne Kanonen. Ja. Ja, der hat auch das Segel vom Dings. So, wir sind auf Kurs, ja, ne? Ja. Sehr gut. Das sind ja die Event-Segel, die er auch hat. Ja. Natürlich, wieder Richtung Spur. Ja, die muss noch ein bisschen weiter links, ne? Ja. Ich glaube, das landet so. Du, ich glaube, da kommt uns hinterher. Der will da auch hin. Neul. Hinter uns ist es egal wie ohne. Die wollen da auch hin. Das wäre jetzt ein Feind, Jungs. Oh Gott. Sind die Kanonen geladen? Ja. Ja. Das sind ausrichten, alles. Das ist nett. Oh Gott, das sehe ich nicht. Inventar füllen. Da ist er. Oha. Unwetter. Unwetter. So, ja, wo kommt der jetzt jetzt? Ey, guck mal, wie schnell die Kanonen ist einfach. Ja, die ist, die ist schneller als wir. Wenn ihr richtig im Wind sitzt, dann überholt ihr selbst die Schaluppe oder sowas. Das ist gar kein Problem. Da kommst du noch weiter ein. Ich bin dafür, wir machen eine HMU-Auflage und feiten vorher mit ihm. Der Schäden ist schon im Kampf, ne? Also beeilen wir uns. Was? Der Schäden ist im Kampf. Echt? Okay, also, wir gehen nicht an Land, wir bleiben am See. Jo. Ja? Macht euch voll Bananen, Holz, Kugel. Ja, ich schaffe. Ich hab mal diese Special-Kugel mitgenommen, ne? Ja, brauchen wir alles. Brauchen wir alles. Ich weiß ja nicht, so eine Vollbrennsung, 180 Grad Drehung und die dann eine schöne Breitseite gehen. Boah, er hübt das einen in den Fingern, ne? Könnte man machen, doch. Was interessant wäre, wenn dieses Luftdorf den Sägen lange halten würde, tut es aber leider da nicht, drehen, die abschließen und dann weiterfahren. Ja, kann man machen. Ja, aber wirklich, wirklich. Ja, wenn es nicht lange hält, dann ist das sinnvoll. Das ist dann nachher nur, um wirklich zu kapern oder so, ne? Ja. Naja, so viel zwischendurch, oder wie vorhin, das Piraten schon kurz anhalten, damit die halt nicht weiterfahren können. Ja, ja, auch coole Seele, ja. Rote Seele, Schalefalt. Ich kriege ja mal das vordere, richtig in den Wind, damit man ein bisschen Abstand gewinnen noch. Vordere, rechte. Die wollen da auch hin, die, Alter. Mhm. Gehen wir wieder hin. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sehe die hier schon. Ja. Die sind voraus. Markieren auf der Karte einmal. Wir haben wieder kein Wind im Segel. Wieder bald auch jetzt nochmal wieder runter. Ja, jetzt, ja. Was heißt das? Sailor's not stronghold, muss das sein, ne? Also leicht rechts, ja? Ja. Reich markiert. Jo, wenn's in die Seele. Leicht rechts. So, die Galeone will da nicht hoch fahren. Was will die? Ne, wir gibt's. Oh, die Galeone. Das ist doch ein Schiff. Oh, ist das denn? Das steht da, aber glaube ich, beankert. Macht man das hinterheren Segel ein Stück hoch, sonst sehe ich überhaupt nichts. Stück hoch? Jo, okay, reicht, 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 reicht. Was ist das? Das ist da hinten nächste. Äh, das ist das Piratenschiff, ja, ne? Guck auf der Karte. Das sieht aber auch aus, das Piratenschiff. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Piratenschiff oder... Piratenschiff haben wir für uns alleine, die Insel nicht. Da ist die Gagion hinter uns. Ja, ist zu spät. Sie sind schon da. Ja, wenden können wir immer noch. Ja, komm, lass uns die scheiß Insel einnehmen. Mit dem Typ hinter uns, ja? Ja, ja, ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das nicht. Ah, guck mal, der fährt bei. Nee, der will ja... Nee, der wartet jetzt. Äh, startet voraus. Was? Bis wir fertig sind, wartet der, und dann kommt er und holt sich das. Nee, 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 nee. Auf jeden Fall. Ich bin's. Wir kriegen das, der mit, wenn es fertig ist. Erste Blut kommt. Achtung. Ja, warte, wir fahren noch nicht rein. Im Runde das Ding einbein. Schon betroffen, ne? Ja, ich bin's. Zwei Schüsse von der Insel, einer vom Turm. Sieht das richtig? Ja, ich bin unten. Wir könnten hier links zwischen Turm und Insel parken, ne? Nee, warte. Eine geht rein, einmal lecken. Äh, lecken. Ja, ich kann lecken hier. Einmal lecken, Bälle. Lecke schon. Sekunde. Ah, ja. So, Briefmache ist raus. Ja, Jungs, wir vercampen nachher direkt im Sturm, ne? Ja, ist schon klar. So, Segel runter. Segel hoch. Alle weiter? Ja, wir müssen eine harte Kurve machen. Ich glaube, hier vorne ist ein Stein, oder? Nee, lass es noch mal, lass es noch mal, kurz. Ja, das ist ein kleiner Stein. Hoch, 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 hoch. Den vorderen, äh, den hinteren, ich seh nichts. Ah, warte. So. Den vorderen Stück runter, damit wir ein bisschen mehr Bock haben. Reicht? Ja, reicht. Okay, die Kuh könnte treffen. Die kommt. Okay. So, Glavione kämpft. Okay, wieder komplett runter, die Glavione kämpft. Die will, die will es wissen. Sie ist aufgesetzt, unsere Chance. Die wollten vorne reinfahren, aber da war ein Stein. Ja. Los, 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 los. Auf der rechten Seite, Kanone setzen bleiben. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich das kriege. Kommt, schlag rein, schlag rein, schlag rein. Ich bin komplett. Ah, nein, 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 nein. Es gibt ein Türmchen, aber wir kommen gut. Wir kommen gut. Sauber. Horen. Dreißen, es kommt einer an Bord. Hattung. Rechts, links, kontrollieren. Das ist gut. Jetzt so nicht. Nee, der ist noch im Wasser. Geschafft. Okay, Segel hoch. Geil, ich bin wieder zurück zu seinem Boot. Segel hoch. Mach das vordere. Ja. Unserer. Hoch oder? Runter. Hoch. Und ist es doch schon. Also war's. Aua. Was denn? Blitz gekocht. Blitz? Ja, muss natürlich auch mal sagen. Geil. Was denn? Kacken. Blitz gekocht. Warten die auf dir, oder was? Nee, nee. Wir drehen jetzt und dann die sitzen zuges. Ey, wir müssen die ganze Scheiß-Kanon-Fugeln einfach machen. Nur das vordere Segel einmal. Hört's. Nicht gut. So, nur da, halt das reicht schon. Krass. Noha. Achtung. Pass auf, pass auf, die könnten gleich schießen. Guckt bitte aufs Wasser, wenn da einer an Bord kommt, ne? Ich glaube, die haben keine Boomfests oder so dabei. Sehe ich denn das? Ja, die rennen alle auf dem Schiff rum. Ja, dann, los. Kannst du feuern? Ja, die Kanon-Kugeln können sich feuern, ne? Jetzt kommt die. Die schießt es auch? Oh, die schießt es nicht auch? Nee, du hast keine Kanonen. Da sind 100 Stück unten in der Pracht. Wat? Im oberen Fass sind 100 Kanon-Kugeln. Ach, da. So, Segel hoch. Segel hoch. Segel hoch. Ja, ist ein Kummer. Achtung, Scharfschütze. Vorsicht, Scharfschütze. Achtung, Respekt. Oh, scheiße. Bisschen weiter, wie in rechts. Ja, sauber. Ich brauche mir Wucht, ich komme hier nicht weg, Alter. Ja, das Problem ist, dass das der Tor mitschießt, ne? Ja, ja. Mach dir erstmal heil. Wir hauen hier erstmal ab, hier umrunden die Scheiße. Also, außen stehen wir gerade echt scheiße. Ja, heilen. Oh, nee, das Kackloch ist wieder da. Das Kackloch. Ja, das Kackloch. Ja, wir werden jetzt ein paar mehr Löcher kriegen. Ich bin hier mitten im Sturm. Oh, Mann. Haben wir alles zu? Ja, schwer. Wir können uns auch auf die andere Seite schauen, oder? Kugel, oder nee? Wir können uns doch hier davor stellen, vor das Tor. Ist auch eine Möglichkeit. Und dann kommt die Runde, danach vier in drei Seiten. Das ist das Problem. So. Müsst du denken, wir haben mehr Kanonen als hier, ne? Ja, ja. Wie viel Holz haben wir? Wir haben noch 34 in der Kiste. Okay. Achtung, da kommt noch einer. Wir haben wieder ein Loch, das war aber nicht noch von der Bälle. Wir müssen aus dem Sturm raus, sonst reißt uns das hier immer wieder auf. Der trifft. Der trifft. Boah, der an meinem Gesicht vorbei. Der trifft nicht. Nee. Der an meinem Gesicht vorbei. Ich sehe kein Loch. Nee, ist kein Loch. Es geht unter. Wir haben gesiegt. Was? Noll. Ja, die gehen unter, die Galeone. Ich glaube, die haben nicht gelegt. Vielleicht die... So, jetzt ran da. So, dann, äh, stellen wir uns inzwischen, oder? So, geh schütze jetzt lieber und dann müssen wir die Typen killen. Oh, Mann. Ey, OBS ist weg. Scheiße. Wat? Nein, OBS hat die Verwittung fallen, oder? Äh, Chico? Sorry, ich hab den nicht gesehen, Alter. In den Wasser, in den Wellen. Ich bin komplett raus. Kannst du mal runtergehen, YOLO? YOLO? Alter. Warte mal. Hier ist noch ne Dings von denen. YOLO. Ich glaub, die Verbindung ist grad down. Warte mal. Er sagt, die Verbindung ist down. Du siehst, dass ich nen Felsen reiße und du steigst in die Kanonen und haust ab, Alter. Ja, ich war schon im Felsen. Naja, da kannst du doch rausgehen. Ich glaub, meine Verbindung ist down. Ich will mal kurz gucken. Ich muss mal kurz hier... Mal jetzt streamen, gleich neu starten, beziehungsweise synchronisiert gerade. Mal kurz gucken. Ja, hi, geh halt auf mich und nicht auf den Bogel da. Ne, scheint wieder alles zu funktionieren. Oder ist es wieder da? War auf einmal kurz Internet weg. Bei dir auch, oder was? Ne, bei euch nicht, ne? Ne, ich hab keine Ahnung. Alles bei ihm. Hab wahrscheinlich mal Router Neustart gemacht, oder was? Kannst du mal runtergehen und gucken? Ja, hauptsache ich sterbe. Das gibt's doch gar nicht. Mann, warum? Ey, jetzt kann ich euch gar nicht mehr joinen, ne? Was? Jetzt kann ich euch nicht mehr joinen, ne? Ich kann dich gleich einladen. Ja, okay. Aber ich muss hier erstmal klarkommen, weil mir läuft das Schiff voll Wasser. Ja, ist gut. Ich bin alleine, YOLO ist tot und alles kacke. Ja. Verrückt. Ey, dieser blöde Haieck ist direkt auf mich danach gegangen. Nein, das gibt's nicht. Ist er denn tot jetzt, der andere? Nein. Also einer ist da noch, ja? Ja. Ich hab ihn zwar genug Leben abgezogen, aber der hat wahrscheinlich Bananen noch gehabt. So, ich bin mal kurz AFK, ich bin gleich da. Mikrofon muted. Sound muted. spelled lächigção. 噓呃. Doesn habe ich auch mitippлюhten. Oh, das ist ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ausflug, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ich weiß schon dass du Kompass auf der Hand hast Jolo? was? dass du Kompass auf der Hand so denkst ja ich hab ne Lampen in der Hand ne so wisst ihr was wir als erstes machen? die Tattoos sind aus wie Kompass die scheiß Lichter an alter die scheiß Lichter dann ist es auch nicht so dunkel hier so ja hör an ah an so anke schon also ist äh die Guter jo passt da müssen wir hin wir lassen direkt was machen wir überhaupt? wir fallen jetzt in den Nebel ach so wir rissen Richtung der Dost also unser verderben ja? weil ja kann man so sagen ich hoffe wir haben Kugel schon ausgestattet und alles äh nein da müssen wir auch noch mal runter und alles ausstatten mach ich mal kurz eben hat er 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 ja definitiv vor allem richtig coole schlachten gehabt ja das ist auf jeden Fall richtig nice das stimmt für so ne nacht genau das richtig ja das stimmt ne hat er hat er hat er zu schlafen. Nee, ehrlich, das war pure Action. Ja, ja. Voll das Programm. Ja, vor allem... Ordentliche Überraschungen. Ich werde das dann nochmal nice zusammenschneiden. Wenn ich da am Dienstag oder Mittwoch ausgeschlagen habe. Am Dienstag irgendwann mal. Ja, ich habe Urlaub, Alter. Ja, gut. Hätte ich jetzt keinen Urlaub gehabt, hätte ich das gar nicht gemacht, oder 24 Stunden streamen. Das hätte ich gar nicht durchgehalten, Alter. Am Montag, dann arbeiten wir so, weißt du, das geht nicht. Ach ja. Ja. Dann guck mal nach, ob wir schon am Nebel sind. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Nebel ist. Guck gleich mal. Weil eigentlich sehe ich auch kein Nebel, deswegen. Ich schaue nicht. Ich renne mal runter. Na, guck das mal an. Noch sind wir nicht im Nebel. Ja, stimmt aber. Ja. Wie viele, äh, Sektoren sind es noch? Äh, bald. Weit. Weit. Ja, ich weiß aber nicht, ob das aus der Karte als Nebel zählt, also es wirklich Nebel ist. Ach, du meinst, ist diese Außentümer. Da kommt doch die Karken dann. Später. Wir fahren nicht aus dem Erfroß. Warum? Die nur darum, dass wir den Nebel reinmachen. Ach so. Ja, du musst dich schwimmen. Zumindest waren wir auch in die Richtung, wo wir uns eher gerufen haben. Vielleicht ist auch der Nebel gerade wieder dabei, sich vermackert zu machen, woanders aufzutauchen. Ja, du tust keine Aussage. Das heißt, wir fahren jetzt völlig insonsten. Na ja, gut. Aber nein. Ich weiß nicht, ob dieser schwarze Fleck der Nebel darstellen soll. Das ist es ja, ne? Bei dem Wasser unten hast du auch so einen Fleck. Ich weiß nicht, ob der Nebel, ja? Ich seh nicht mehr einen Nebel. Nee, sicher auch nicht. Das ist halt so von der Karte her, weißt du? Ja, deswegen. Aber ich weiß nicht, ob das Nebel sein soll. Ja, ne? Oder es ist wirklich ein Nebel auf der Karte, den man suchen muss. Das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaub, das ist gut. Ich bin mir da jetzt noch die Oben bisschen raus. Oh, oh. Die Musik ändert sich. Oh, oh, rotes Wasser. Das Meer wird rot. Ja. Danke. Sind wir aus dem Bereich raus? Kann mal einer gucken? Ja, ich glaub ja. Das hört sich nämlich so an. Äh, nee. Ja, wir sind aus dem Bereich raus. Nee, sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf Kästchen. Echt? Wir kriegen nämlich schon Löcher, weil das ist das rote Meer. Äh. Da kommt das... Müsst du Löcher zu Hause, ne? Ja, ja. Aber wir sind da noch gar nicht raus. Nee, das sind wir auch gar nicht raus. Ja, aber irgendwie... Das Problem ist, wir haben aber immer ein wenigstens Gegenwind, ne? Ein bisschen mehr. Ja, wir saufen. Löcher machen. Ja, ist gut. Löcher machen. Löcher machen. Ja. Wir sind gleich draußen, glaub ich. Guck mal nach, wir denken wir noch draußen. Ja, wir sind gleich draußen. Also, das ist auch immerhin nicht der Nebel. Aus. Das war's. Das haben wir ja wild gemacht, dass man dieses Krieg jetzt auch schon hat, aja. Ja, vor allem der Schaube ist immer schlopft. Davor war es der Kackener. Ach so, hinten ist noch Wachgründe. Da war es Schiff kaputt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Ich meine, wie sollen wir denn jetzt zu Krakke kommen? Die Krakke, die kam ja ab und zu mal einfach so. Die hatte ja keinen wirklichen Rhythmus gehabt oder so. Ja, ja, weil... Also, sie kündet sich ja vorher an. Ja, mit schwarzem Wasser, nur plötzlich. Aber die konntest du ja nicht jagen oder sowas. Du musstest halt zufällig... ...begegnen und dann, ja. Nee, das ging nicht der Schatz. Also, wir haben das fort, oben rechts gemacht und dann kam sie. Ja, gut. Das kann zufällig gewesen sein, wenn die mal gängelmäßig gejointe oder so. Man weiß es nicht. Ja. Ja, ich denke mal, die hat auch ein bisschen ihre Spots, aber... Ach. Moin. So, Trico, noch weitere Probleme? Ja, keine Ahnung. Oha. Also, ich dachte, das wäre der Nebel, aber jetzt ist die Frage... Kaffee? Auf jeden Fall. Guck mal, jetzt stehen die ganzen Leute wieder auf, weißt du? Wir trocken immer noch und die stehen jetzt alle auf. Geil. Ja. Ja. So. Äh, wo seid ihr? Ich bin unter Deck und guck grad. Ah, auf Kartenraum, ey, das. Äh, äh, Jungs, 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 Karken, 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 an die Geschütze. An die Geschütze. Bin da. Alter, was haben wir denn heute alles hier, ey? Alles aber heute, Megadonorm. Wo ist das? Keine Ahnung. Bitte, und mal, wie war? Oh, da. Kake. Nur auf Karnanz, bitte. Nur auf Karnanz, bitte. Nur auf Karnanz, bitte. Alter. Okay. Wenn keine Ahnung ist, können wir da sind auf die Pferde. Alter. Alter, was ist das für eine Scheiße? Was sollt ihr da eigentlich? Hilfe! Ah, Hilfe! Wer hat mich nicht los? Ich finde, ich habe nicht los. Ich habe ja die Chance. Ich habe die Chance. Ich habe die Chance. So. Das ist die Regel ein, dass wir gleich losfahren. Oh, oh, oh. Oh, vorne die Läden ist los. Die Frau bleibt bis an. Auf. Oh, wir müssen erstmal hier stopfen. Wir laufen ab. Wir laufen ab. Okay, einer geht um den Tag hin, der sich entwickelt hat. Oh, wir laufen ab. Oh, ganz viele Löcher. Komm, 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 komm. Alter. Alter, ey, hier sind zigtausend Löcher hier, Leute. YOLO, wir bauen nicht hier unten. Ja. Alter. Löcher am Ende. Ja. Okay, YOLO. Ja. Neh mal, äh, Munition, greif mal an hier. Jawoll. Oben. Ich komm mir nicht mehr klar, Alter. Das sind ganz viele Löcher, komm. Vorne. Abgeladen. Groß. Wir können immer wieder gucken, solange das Ding da vorne ist. Okay, jetzt kannst du stopfen. Moinerlei. Mal. 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 Mach ich. Hoch oder rüber? Hoch. Und wir stehen. Moin. Weil wir wollen ja kämpfen. So. Alles zu dir. So. Okay, dann weiter an die Kanonen. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Alles zu. Okay, der trifft nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wenden, oder? Wendel. Ey, der trifft nicht. Wurde eingebaut. Alter. Ich hab'n einfach Faller. Toll. Alter. Was ist das so geil? Alter. 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 Riff. Ich bin tot. Ja, ich... Ich bin tot. Sehr gut. Ja, ich... Ja, ich bin gefresst. Ja, ich bin so gefresst. Ja, ich bin tot. Ja. Ich gucke dir raus. Alter, ist natürlich. Oh nein, wir kommen ja nicht weg, wir haben es ganz vergessen. Er wurde von einem geklaut. Der Sea of Thieves ist das. Wir müssen den scheiß Tentake hier vorne von der Lücke wegkriegen, sonst können wir nicht reparieren. Ich wegkriege, ich ertrink die Augen. Ich bin gerade von einem der Tentake getötet. Ich bin tot. Verdammte Axt, Alter. Okay, es geht unter. Scheiße. Egal. Aber coole Session auf jeden Fall. Ich habe noch ein Messer, ich gehe weiter angreifen. Ich habe auch noch angegriffen und weiß, dass ich es gebracht habe. Oh Mann, ey. Naja. Oh, der Tygly ist auch da. Moin. Guck mal, jetzt kommen sie alle, hier ist um Acht. Tja. Blöd war, dass er uns gegenseitig alle gefressen hat, also gesaugt hat. Ja, ja. Keine mehr an Bord. Bei mir hat er mich gesaugt, ohne dass der Tygly überhaupt da war. Das war ein bisschen blöd. Da kannst du nichts machen, ey. Naja. Aber naja. Ja. Gut. Aber cool, Alter. So. Haben wir zumindest nochmal alles gesehen jetzt. Ja. Wir haben den Tentake gesehen, Megadullo gesehen. Haben hier die Piratenschiffe gesehen. Zweimal gelootet. Richtig geil. Ja. Ja. Wie geht's nach 17 Stunden? Teigler. Wie soll es mir gehen nach 17 Stunden? Ich brauche einen Kaffee. Am besten auch eine Dusche. Hehehe. Ein bisschen frische Luft. Aber mit der Schnelldusche irgendwie so. Schnelldusche? Ich weiß nicht. Bin ich kein Fan von. Schnellduschen. Katzenwäsche. Ja, so ein bisschen. Nimm mal gucken. Also nimm dir eine halbe Stunde Zeit und geh kalt duschen. Dann hast du es einfach. Ja. Ja. Jetzt ist das so. Das ist richtig, ja. So. Alter, wo sind wir denn hier? Uh. Uh. Ja. Oh, eine Karin. Die sind natürlich. Hm. Die sind natürlich. Alter, da hinten ist ein Wrack. Ein Wrack. Ein Wrack. Oh, ne. Nix mehr. Mann, da sehe ich doch von hier. Ja, ich habe das schon gesehen. Ja, aber da... Wir müssen die Wracks nicht zunehmen. Das ist leer. So. Ne. Ne. Ich werde mit dir. Da ist bestimmt ein dicke Beute, Alter. Ja. Ich schwimme da mal kurz hin. Ja. Wir machen das mit der dicke Beute. Das ist soweit, da werde ich sowieso vom Hai gefressen. Aber ich riskier's. Nur um euch zu zeigen, was da drin ist. Alter. Kaputt ist er. Der ist kaputt. Ich sehe total scheiße aus, Alter. Ah, jetzt jammer mal rum, Alter. Wir haben hier alle durchgemacht, ne? Ja, weiß ich doch. Nur wegen dir. Finde ich auch gut. 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 Total cool. Aber du bist ja auch der alte Sack von uns, deswegen... Der alte? Wieso? Du bist doch... Du bist so älter als ich. Ne. Bin ich älter? Ja. Da kannst du mal sehen. Also meine zarte 19 überschreitest du ja locker. Sicher. Nicht ganz. Ist der Junge jetzt schon weg oder? Ne. Ich bin so ein geiler Pirat, aber selbst die Haie greifen mich nicht an. Tja. Dann kannst du auch mal Wasser gehen. Na, die erwarten mich auf dem Rückweg. Machst du die auf dem Rückweg? Ja. Jetzt wo ich bei dem Schiff bin, kommt die nächste oder was? Dann will der mich rollen? Ja. Läuft. Damit du einen schönen Rücktransport hast, weil im Schiff nichts drin ist. Was? Der Preis für CFC ist nicht so teuer. Boah, gut. Äh. Was haben wir eigentlich damals bezahlen? Aber man kann mit dem Spiel schon Spaß haben. Ja, ist schon cool. Trotzdem. Ja. Ja, ist trotzdem heftig, ne? Also. Gut. Bei Games of Gold vielleicht meistens, glaube ich, mit drin, ne? Oder wenn du diese Xbox-Mitgliedschaft hast, ne? Die ist komisch. Ja, danke. Die ist goldig. Ja, ja. Da ist es gratis mit dabei. Ja. Aber da musst du auch monatlich zahlen. Deswegen, ob du es monatlich zahlst, oder ob... Puh. Kommt mir darauf an, ne? Was willst du? Umsonst ist umsonst. Ja. So sieht's aus. Da wird nicht gemeckert. Nö. Oh, oh, oh. Wollt ihr wissen, was hier drinne ist? Nein. Nichts. Ist wirklich nichts drinne. Ja, siehste. Haben wir doch gesagt. Zurück zum Desktop, bevor ich sterbe. Zitzen. Siehste. Ja, das war wieder schön. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, äh... Ja. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Ah. So. Und dann mit mehr Kugeln, damit wir auch die anderen zwei Schiffe noch bekommen. Vielleicht aber mal legen, ey. Wo ich jetzt gleich mal fix hier unter Dusche hüpfe, alter. Mal gucken. So. War mal frühstücken, Cruella. Ja, wo ist mein Essen? Hallo? Wo sind meine Croissants? Geht doch gar nicht. Was ist mein Kaffee? Alles muss man selber machen hier. Ah. Ist echt idyllisch hier, ne? Krasser Schall. So, was zocke ich jetzt gleich? Keine Ahnung. Wie spät? 8 Uhr oder was? Zwei Stunden habe ich noch. Ich würde jetzt mal eine halbe Stunde Pause machen. Mal ein bisschen was essen. Ein halbes Stündchen. Mal gucken. Nachher wahrscheinlich noch Besucher, oder? Wo kommt Bock drauf? Ah ja. Ja, da musst du durch. Ja. Achso, du bringst was zu essen mit, dann geht das. Das ist super. Dann passt das. Ne, ich mache jetzt erstmal eine Pause bis oben. Also nicht zwei bis, warte mal, jetzt 10.08 Uhr. Ah, bis 8.40 Uhr. Stimm mal kurz den Timer ein hier. Ich glaub's nicht, ne? Jetzt spiele ich Sea of Thieves, ja? Jetzt habe ich es gespielt und jetzt starte ich gerade ein. Das ist gerade YouTube. Ja. Drei Ideen, um mal drauf zu raten, welche Spiele mir vorgeschlagen werden. Ja, Sea of Thieves. Welche Videos? Das ist normal. Das ist doch der reinste Stalking-Komming hier. Nein, das hat mit Stalking nichts zu tun. Das ist vollkommen normal. Ja. 8 Uhr. Ach komm mal, hier. Machen wir. 8 Uhr. 40. 40. Wupp. Safe Widget. So. Hm. So, Leute. Bis später, YOLO und Chico. Ich will jetzt erstmal früh stehen. Ja. Ich glaub ich mach jetzt auch ein Stündchen Pause. Hat Spaß gemacht. Was willst du denn? Vielen Dank. Weiß ich noch nicht. Ich guck gleich mal. Seil ich mir erst oder was? Ja. Später. Ab um 10. Aber ich werde vielleicht schon mal ein bisschen anfangen. Mal gucken. Wenn du Bock hast. Okay. Ne? Alter, ich glaub ich würde erstmal ein Niggerchen machen. Ja, mach mal. Ich hör mich auch erstmal aufs Ohr. Alles klar. Vielen Dank. Ich war cool mit euch. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis zum nächsten Mal.